Das Event, das habe ich schon zweimal gemacht. Im Kult? Ja, hier sind ganz viele Statuen, die angebetet werden. Genau, und dann ist das auch. Das habe ich so viel Snipermonie verballert. Bestimmt 500 Schuss. Naja, nach den beiden Gegnern gestern, das war... Oh, ich habe dir Spielzeug mitgebracht. Das kannst du einmal werfen. Du hast die erst gebaut. Was? Die sind ja sogar legendär. Ja. Und was machen die? Das ist eine Granate. Okay. So, wie viel Schuss habe ich jetzt seit? 4000 und... 100, passt das. Äh... Kann es sein, dass wenn man ins Eternal Land geht, nicht mehr in einer Gruppe ist? Ja, kann gut sein. Oh ja. Verlässt ja sozusagen den Server. Oh, da sind... Oh! Habe ich Gruppenlead? Ja. So, jetzt fängt es an, das Event. Orton fährt. Wir müssen jetzt diesen Bereich hier beschützen, da kommen jetzt Feinde vom Berg runter. Oh. Nicht die anderen Bereiche starten. Aber wir... Okay, ich spoil mal. Ich sag. Aber die Bereiche sind so geschützt. Nein, 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 nein. Oh! Was kommt denn die Kacke hier? Oh Gott. Ich sag gerade, nein, hier hat sich nicht Luft gejagt. Achso. Und dann kam noch das Gift dazu. Irgendwie ist das unbegefühl, dass da mehr kommen. Uh. Und wir sollen irgendein Doppelgänger tönen. Oh, ich hab grad echt ein Delay, glaub ich. Ja. Die stehen bei mir oben einfach nur rum. Da, was kommen uns mal zu den Kunden, wo ist das? Wo ist das? Das, David, manifestiert er sich. Der, wir müssen Damage drauf machen. Nein, ich muss noch lang. Ja, sehr gut. Ihr wolltet immer doch heroisch. So, das ist jetzt fertig. Jetzt können wir das nächste machen. Ganz rechts, ganz links. Wo wollt ihr hin? Ja. Ähm, ich wollte grad sagen, du sollst dich vielleicht noch eben heilen vorher. Ja. Joa. Guckoo. Ups. Da kommen sie. Das ist so cool, wenn man diesen Sprenghaini, das Fasswerk sprengt und der hinfällt und dann nochmal explodiert, nimmt da alle mit. Die haben keinen Bock auf uns. Nice, die sind einfach weg. Da kommen die Nies. Und noch eine Welle. Nice. Wo ist der Doppelgänger? Der ist vor mir, da unten. Ich bohne meistens in der gleichen Seite, wo die... Nice. Er schießt ja auch von weit hinten her. Mahlzeit-Tor. Hallöle. 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 Das ist gleich sehr viel Lüt. Das ist nur jeweils ein Schießpulver. Oh. Oh. Ich hab ne Bach-Tor. Oh. 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 Der wichtigste ist der Explosions-Heini. Der macht den krassesten Schaum, wenn er zu uns kommt. Nein, 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 komm hier. Da umher brennt auch einer zickzack. Oh nein, tschüss. Da spawnt er. So. Jetzt sind wir auf Legendär-Status. Einmal umdrehen. Ist jetzt lustig. Ja, den kriegen wir easy hin. So bleiben bitte. Keine Bewegung machen. Nice. Easy peasy. 60 Säure, das hat sich schon gelohnt. Den Rest freu ich nicht. Oh. Aber der hat 22k-Energie-Verbinder durchgebracht. Sohle, dann fahren wir mal dorthin. Ja, ich heil mich eben kurz. Oder wollen wir erst zu dem Teleporter? Nee, ich geh da gleich hin. Und zur Not könnte ich mich einfach teleportieren. Ja. Okay. Mein Gold. Okay. Ich geb kein Gold hier. Nein, still vor mein Gitter. He he. Boah, war der schnell weg, ja. Okay. Nein. Sie können keine Aufgaben außerhalb des Notstands-Events verfolgen. Ich hol dich ein. Jetzt da. Boah, meiner Funkt hinten aber raus, hey. Ich glaub, den muss ich mal langsam wieder reparieren. Wir haben Money verloren. Oh. Äh, fahrt einfach weiter. Ich hab mich dazu entschieden, den Teleporter doch eben noch zu holen. Man sieht ihn von der Ferne. Alter. Hm? Das war knapp. Ja, wenn du mitten auf der Straße parkst und rumrennst. Klar. Wir fahren eine Straße hier. Hm. Dann schwimmt jede Stunde mal einer vorbei. Hm. Und alle zwei. Hallo. Jetzt möchte ich mein LKW einlagern. Ja. Weil die kann man dann zurückporten. Ja. Kannst du einfach nur in den fetten Tank drauf bauen, also ganz viele Truhen und dann unendlich fahren und dann einfach zurückporten. Ha, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht. Ach. So viel Bock von euch. Ja. Ich glaub, so lange Bock hat man auch nicht so lange zu fahren, da mehrere Kisten voll zu kriegen. Hm. Hm. Mehrere Kisten. Ja. Ja. Ich glaub, ich hab schon nach einer keinen Bock mehr. Der kleine LKW wird sich vielleicht frontieren. Äh, nicht der LKW, sondern anbieten. Ach, cheap. Ja. Weil der ist vermutlich ein bisschen schneller und flexibler. Oh ja. Mal mit dem LKW da fest echt langsam. Jetzt kiebt er hier die armen Wölfe. Ja, die greifen mich alle an. Ich bin irgendwie so vor, dass ich nicht mehr da ein paar Vorräume ausräumen muss für Öl. Äh. Ja. Das ist ne Erweigerung. Oh. Hm? Mani geht schon ham. Hm, ich mix. Gut. Alles mitnehmen. Oh, ist der Erweiger. Ach, die killst du sogar, wenn ihr sie killt. Cool. Ja. Ja. Äh, wenn du in der Nähe bist, aber nur. Habt ihr hier schon irgendwas gemacht in dem Gebiet? Nö. Nö. Ui. Mülleimer. Mülleimer. Oh nein. Container. Ah. Oh je, ich hab Strümpfe bekommen. Nö. 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 30 von den Billigdingern. Aber nur. Nö. Nö. Von den anderen hab ich glaub ich auch noch welche. Das sind ja auch die Standardstype. Das nehmen wir noch keine andere. Boah, drücken die zweite hoch. Wollen wir nicht noch da drüben reinschauen? Ja können wir auch mal. Ja. Ich glaub hier oben geht's weiter. Nee, eigentlich geht es da hinten weiter. Achso. Du wirst mich nie aufhören! Ich bin wirklich laut! Wie sie ihn einfach für über die Map geprügelt hat. Oh, da läuft eine Ziege. Oh, hier ist eine Aufbewahrungstruhe. In der anderen Ecke von dem Haus ist auch eine Aufbewahrungstruhe. Das ist hier einfach alles viel zu weitläufig. Wie soll man denn hier irgendwas finden? Äh... Wie sowas zum Beispiel? Was? Eigentlich flug man nur die Glaskabine. Die Waffenkiste. Die Glaskabine hat meistens den geilen Stuff. Ja. Da ist meistens eine Rüstungskiste oder so drin. Und halt die mystische. Oh, da ist eine Waffe drin. Wo war die Waffekiste? Ist markiert. Hier in dem großen Haus direkt rechts. Aha. Oh, hier ist ein erster Hilfekasten. Ja. Äh... Ja, die lassen wir aus. Na toll. Äh... Äh... Ist da auf dem Dach noch was? Hm, deswegen tue ich jetzt dort nichts. Ich hoffe jetzt gerade nur auf den Wachtturm da daneben an. Liegt aber da ist auch nichts. Oh. Oh. Oh oh. Hm? Ich wollte gucken wie viel Schaden der ähm... Der Turmpilz macht aber das ist echt enttäuschend. Hm. Sieht nur cool aus. Ja. Oh. 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 Oh, oh. Du musst nur an der Wand stehend hoch hüpfen. Ganz an der Ecke. Ich glaub ich hab kein Essen, ne? Ich muss mal nach oben gucken. Oh. Aufbewahrungsküste. Ausrüstungsküste. Aufbewahrungsküste hier im Schatten. Oh, den Ecktisch beziehen. Was war das für ein Ecktisch? Oh ja, wir finden jetzt heraus, wer Mary wirklich ist. Blöde Kuh. Die war mir von Anfang an nicht, ich weiß nicht, die war unsympathisch. Welche Quest machen wir jetzt eigentlich? Die 45er, glaub ich. Klar. Ja, die 45er. Die ist das ultimativ böse. Jep. So, aber hier sollte auch noch irgendwo der zweite Schallanker sein. Er war hier. Ja. Oh, ich hab mir die Knie gebrochen. Oh, das ist natürlich doof gelaufen. Aufwassen des Wortes. Hm. Kann man hier mit den Aufzügen irgendwie hochfahren aufs Dach? Ne. Ne, leider nicht. Oh. Das ist ja etwa ein dicken Menschen. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe. Oh mein Gott, die sind überall. Die sind überall. Okay. Ah also, das ist auch noch meine Beine, die brauchen wir. Die sind überall. Oh. und weiter mit den kreislaufproblemen wow das waren zu schnelle mausbewegung die spawn hier einfach ne die kommen von der decke runter ich glaube die sind zu schnell glaube ich auch kommt mit dem spawn nicht hinterher oder ist es mit absicht dass die auf einmal auftragen so dann gucken wir mal die andere köste an sie soll hier vorne an der eingangstür sein die 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 Okay, wahrscheinlich hat Trent ihn verraten, ne? Hmm, sollen wir da hoch oder sollen wir erst noch dahinter gucken? Ähm, ich glaube es macht Sinn, erst noch dahinter zu gucken, oder? Ich meine, uns fehlt noch eine mysteriöse, aber ich würde fast vermuten, dass sie da oben ist. Ich auch. Oh, hier ist aber eine lila, ne? Oh ja, I see, I see. Mülleimer. Oh, richtig. Nein, nein, ich konnte auch nicht durchschießen. Natürlich ist die Muni nur leer. Dann . Fuck. Fuck. Das war's für heute. War das jetzt ein Potant oder war das ein Gegenstand zum Gegenstellen? Das ist so ein Modell. Achso. Na komm. Ja. Slalom, Slalom Baby. Oh. Sogar mit Motorrad. Ich brauche ein bisschen, ich komme aber zur Unterstützung. Ich bin auch noch nicht oben. Da schießt sie einfach mich ab. Ich glaube es nicht. Oh. 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 Ich habe den Spaltacker gefunden. Unten oder oben? Oben. Direkt hier draußen. Der Tarasse. Ja. hier unten ist auf jeden fall noch eine waffen oder eine ausrüstungskiste ich konnte gerade nicht erkennen was es war sind immer noch die mystische mystische gefunden in dem glas nice hier geschehen dinge ich bin gar ich habe nur interagiert ich bin nicht mit dem lift gefahren mit welchem lüft da wo du gerade drin standen kein raum da musst du interagieren muss die quest vielleicht noch wechseln oder die angst auch freundlich möchte hier nicht sein kann ich das abschießen kann ich nicht weil ich mit dem anderen lüft gefahren bin wurde der quest träger nicht ausgelöst ja ich muss mal eben da die rampe einmal hochlaufen ich sterbe mich 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 ich mache gerade so ein baum ding abfällt ich bin bei mir auch Nichts. Oder... Oh, okay. Oh, ja. Same bei mir auch. Oh, wow, wenn ich's angucke, bewegt es sich nicht. Ich kann nicht sagen, was es ist. Aber be careful in there. Jetzt wäre es gut zu wissen, was ich hier tun muss. Weil wenn ich es jetzt nicht mehr angucke, um zu gucken, was ich tun muss, sterbe ich nicht. Es sind mehr als zwei. Nice. Was muss ich tun? Oh, sowas hasse ich ja, ne? Ah. Oh. Guck. Guck. Hä? Hä? Was muss ich denn tun? Du musst die Karte suchen. Also du rennst zu so einem verschleimten Teil. Du musst da diese Knosken abschießen, die rot leuchten. Dann geht der Schleim weg. Dann kannst du durchrennen, holst die Karte, rennst dann zurück. Dort ist eine Tür, die versperrt ist. Dort rennst du durch. Und schau. Oh. Ja, das werde ich auf jeden Fall nicht schaffen. Weil das Bier steht quasi schon genau vor mir. Ja, man muss halt mehrmals probieren. Ja. Oh, warte. Ich kann durchrennen. Oh, ich hasse sowas. Oh Scheiße, ich kann das nicht. Mhm. Mhm. Okay, ich hab die Karte. Was muss ich jetzt tun? Oh, zurückrennen, oder? Hm, die Hälfte, wie gehst du zurückrennen, ja. Toi. Das sind mehr als ein Baum. Ja, hat sich erledigt. Wie, das ist mehr als ein Baum? Ja. Ja. Und mindestens drei oder vier. Mama, ich will das nicht. Wo ist der Livestream? Menno! Oh, wie shit. Das Spiel hat so Ansätze von einem Horror-Game. Oh, ohne Scheiß, ne? Ich kann das nicht. Und zurückrennen. Es ist schon schwierig. Zurückrennen, ne? Einfach nur den gleichen Weg zurück. Den gleichen Weg zurück, aber nicht komplett zurück. Bin ich komplett zurück. Bin ich komplett zurück. Ja, bei der Hälfte des Weges musst du abbiegen. Da ist ne Tür. Das ist ne weiße. Die zu ist. Die du aufsperren kannst. Du kannst dir die ersten, ja gemütlich alles anschauen. Dann stirbst du halt und dann rennst du nochmal. Weil du musst ja erstmal die Tür finden, wo du durch musst. Weil die habe ich beim ersten Mal gesehen, die Tür, wo ich durch muss. Und bin halt dann gestorben am Ende, weil ich nicht wusste, dass da die Bäume kommen. Okay, Moment. Tür. Da gibt es eine Abzweigung mit einer weißen Tür. Das ist nicht lang, die Abzweigung. Guck mal, wo die Tür ist. Der Flur ist nicht lang. Und auf der anderen verdient es dann weiter. Ja, komm, töte mich. Get me. Ei. Eisbäume echt, ey. Ich hasse sowas, ne? Mhm. Mhm. Ja, dann spiele ich auch keiner sind im Bibel. Okay, ready. Ich seh euch. Hahaha. Ich komm nicht durch. Ich komm nicht durch. Ich komm nicht durch. Ich komm nicht durch. Die haben mir den Weg versperrt. Drecksbäume. Auf zu lachen. Ich weiß auch gar nicht, was da dran jetzt so lustig sein soll. Mhm. 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 Da kann man da kleben Blut an der Wand. Oder soll das Rost sein? Mhm. Das sieht mir mehr nach Kacke aus. Mhm. Mhm. Oh, sollte wahrscheinlich Rost sein, weil da oben ist es nicht. Jetzt komm ich hier schon wieder nicht durch. Drecksbäume! Entschuldigung. Oh, alles gut. Ähm, kann ich sie für einen Kaffee interessieren? Oh. Was für Sorte denn? Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen ekelhaft aus. Bis dann, dass die Bohnen schon ein bisschen älter sind. Äh, ja. Du trägst da vielleicht schon einen Baum raus. Ah. Vielleicht sind das ja Kaffeebäume, die da rumrennen. Mutierte. Nein, das sind keine Kaffeebäume. Kaffee ist nett. Nee, die wollten halt dann mal Menschenfleisch probieren. Wir probieren die ganze Zeit Kaffee und dann... Lass auf! Okay. Ich seh euch! Nein, ihr könnt mich nicht... Wo ist der Stream? Okay, nächstes Mal Horrorspiele. Nur noch Manni mitspielen. Ja. Die ist bestimmt gerade mit Gerhard. Auf einmal so ruhig. Und die holt jetzt Jackie dazu. Die muss das jetzt machen. Was meinst du? Was meinst du? Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß hier. Jetzt bin ich auch noch falsch gelaufen! Das ist ungut. Hä, warte mal, die Tür war auf. Bei mir ist die verschlossen gewesen. Oh, wow, ja, weil ich es wahrscheinlich zu oft verkackt hab. Oh, anfängerfreundlich ist das Spiel auch noch. Oder nur 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 freundlich. Na, Gott sei Dank. Oh. Oh, die Kalibrierung sieht ja mal geil aus. Wie, wo, was? Schnellschuss... Schnellschuss-Stil. 20% schnellere Feuerrate. 40% schneller nachladen. Aber minus 10%. Aber ich krieg 6,3% mehr Schockschaden. Und nochmal 10,9% mehr Schockschaden. Ja, das ist ja bei der, was du mir gegeben hast, das gleiche. Da hab ich auch minus 10 oder 15% und krieg halt irgendwie gefühlt 12% Kritschauen zu mir. Ja, aber allein nur minus 10% Angriff, aber dafür dann irgendwie 16% mehr Schockschaden. Na klar, das läuft schon. Weil du trägst ja schon sehr oft den Schock. Genau. Und dann aber noch eine 20% höhere Feuerrate. Au. Das wird teuer. Ja. Ja, aber alles tut dann aber viel, Muni. Ja, aber dank dem Perk von dir ist das ja jetzt wirklich nebensächlich geworden. Ach, das stimmt. Ja, super. Also wenn man in der Gruppe spielt, ist es glaub ich echt ratsam, dass man versucht, dass einer alles zusammenbekommt bei einer Werkbank. Ja. Ja. Aber man muss halt auch viel Glück haben. Oh. Es gibt wieder eine Mitsuki-Kiste. Was ist denn dieses Sprosszeug eigentlich? Das kannst du bei der Pilztante im Dingenskirchen abschließen. Ach so. Stimmt ja, das ist das PvP-Event. Ja, genau. Weil da habe ich über 1000. Ja, du brauchst aber 10.000. Was? Waren es nicht 1000? Ne, ich glaub das waren. Das waren doch 1000. Ja, aber man braucht 10.000. Für alle Mods? Ne, für die Lackierung. Ich brauch doch keine blöde Lackierung. Ich will nur die Mods. Also die Lackierung ist das noch nicht am wenigsten. Äh. Da kaufen mir lieber zuerst die Mods. Ja, das kann ich dann aber auch verstehen. So, wohin müssen wir jetzt wieder vors Tor? Wart mal, hier gibt es irgendwo noch einen Teil, was ich nicht aktiviert habe, wie es aussieht. Wart doch. Wart doch. Wart doch. Komm. Ja. Ich bin tot. Motorrad ist von mir explodiert. Oh. Ich bin tot. Motorrad ist von mir explodiert. Echt? Okay? ein riesen freigeschaltet in saison stufe vier also können wir jetzt noch die verboten insel weitermachen ich habe noch die lp evolution geidet über 50 ja das machen wir nicht das war doch das wo wir vorstanden wo empfohlene spieleranzahl 5 und stufe 50 stand ich glaube ja dass es dieses evolution sie los evolution silo aber da standen wir ja vor da stand dass man da fünf leute braucht 5 4 hier wo mein motorrad schon wieder nicht beschwören schon wieder kaputt ja ich kann auch nicht fliegen jetzt ist back gerade bei mir rum ich kann gerade nicht fliegen habt ihr die verbot verbot auslösen schon erledigt ich habe gar nichts erledigt glaube ich moment weiß nicht was die direkt in dem weißen sand ja dann fahre ich da mal eben hin da können wir die direkt mit ablösen auflösen die geht weiter aber ja kann sie dort abgeben als nächsten spot wo du hinfahren muss ich kann auch nicht essen ich glaube ich muss mal im rilog ich hätte ich eben noch teleportiert auch nicht 270 meter ich kann immer noch nicht fliegen kann ich was essen naja wenigstens das klappt wieder ok dann nehm mal die einladung an und dann teleportiere ich dich dankt schön gut schön sagt wenn ihr fertig seid oh jetzt sollen wir das sunshine farm in die luft sprengen oh nee das ist in diesem nebel ist das gebiet schon freigeschaltet weil wenn nicht dann scheint mich zu gucken don't go any further ja das ist nicht in liebe ist schon freigeschaltet ready? wow dann äh ja ja nice so so you've been to source extraction point 73 then what is mary ames now caught security department warden so in other words if i hadn't left rosetta then this mary ames would be i i know i know i understand she's the one who reactivated the monoliths and wiped out the mayflies and we probably have heard of thank for stirring up open conflicts between the union as the leader of the union i'll tell you this ach für mich nur noch ne kurz mehr noch mal damit noch mal nach das kommt hier Frau Das hyper wird sein Ah, Sunshine Farm. Da müssen wir sowieso hin. Okay, cool. Super. Ich muss kurz holen. Ja, ich bin auch überfüllt. Ja, und ihr. Vorratabarrieren und so. Ja, das auch. Und vielleicht ein Truck bauen? Nein. Und bei so ein kleines Home Truck würde mir auch interessieren, wie das aussieht. Ich glaube, wenn wir damit� va? Zähne Was sind denn das? Was sind denn das? Also das eine Sorten ist schon irgendwie komisch. Welches Einsortieren? Ja, dass es automatisch einsortiert wird. Achso, ja. Ich muss da auch öfters drücken, so wie du. Ja, das ist... Es muss, glaube ich, auch ein Platz frei sein, damit das richtig funktioniert. Aber wenn es voll ist und du den Stack eigentlich noch auffüllen willst, das funktioniert nicht so richtig. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was hat sie da produziert? Das war's. Ui. Das war's. Das war's. Okay. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also Mary war ein bisschen größenwahnsinnig, glaube ich Wieso denn das? Ähm, hör dir mal die Tonspur an, die da in dem Haus ist, wo du jetzt gerade drin bist Oh, gut, ich bin in der Falle gelaufen Oh, Mülleimer, ich bin in der Falle gelaufen, die hat Spaß bei ihrer Arbeitsachse Ich hab ne Ausrüstung, ich hab ne Ausrüstungstrue Das ist schlimmer, ich hab's mal schockt... Okay, dann schäumt... oh ja hier komme ich doch bestimmt auch hoch oder im moment ich muss von dahinten hoch die nebenquests gott ok sie ist die letzte dbt-011 ist unsere letzte we must use it evolve and reshape the entire world with this but that kind of power must be placed in the correct hands the committee meine frage ist wie victor vielleicht ja 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 ist er ja ne gleiche stimme gut noch zwei bomben platzieren das eine ist wieder da oben dann gehe ich direkt hoch ja okay ja man hätte oben bleiben müssen und nicht runter schrampfen für die zweite bombe hier oben sind auch kisten ganz oben soll ich euch warten warte mir macht es gerade kurz bumm ja ich glaube dann noch mal eben den moment ja da musst du hier hin auf die bombe da ja da bin ich noch nicht auch perfekt dankeschön da bist du eben schon ich war da oben hinter die oben ja ja ich weiß ich muss aber erst mal noch da hin ja da muss ich auch noch hin achso nein achso ich muss gar nicht hier oben sein oder doch musst du ne hier ist ne leiter ja da kannst du nicht mit arbeiten doch komm her hier ist ne leiter ja also ist die nicht hinterher aber ne kannst du mich hier importen oh man muss ja hier oben platziert werden auf dieser platte ja und eine hier dran ja aber die ist unten ne die müsste oben irgendwo sein ne die ist unten die ist im gitter echt die ist im gitter irgendwo also bei mir zeigt sie unten an ja die ist unten im gitter ja und die oben hast du ja ah hier ok gut ok und der nächste schritt ist im ausgang ja dann hole ich eben die mystic noch vielleicht mach jetzt die story noch weiter dann fehlt mir nur noch die zweite ausrüstungsrohr gut äh die ist hier oben soll ich dich teleportieren äh da ist doch die mystische oder ja und ein schlagwerk tiefer ist die ausrüstungsrohr auch ähm ich bin fast da ah ok uh komische maske perfekt hab ich nicht gesagt dass er zweitkommt kann sein dann habe ich dir nicht zugehört das passiert bei mir öfter ok äh und was bekommen wir denn hier aus dem denkstens denkstens ok und man kriegt grad ein bisschen mehr weil die aktie seure schon nicht schlecht werden und die zwei andere ja aber ist das den aufwand wert ist ja kein aufwand du brauchst nur viel holz ich hab mal eben alles in die luft gesprengt ja also wenn du willst kann man das wirklich schnell machen wenn wir holz finden ähm ja das sieht hier irgendwie ab dom äh hallo lala hallo lala hu hu mani das zeug hattest du aber schon in die luft gesprengt ne ja ja ähm also die nebenmission ja hatte ich gemacht hä ich komme hier nicht durch diese wand durch ja das ist der krieg da kommst du nicht dran vorbei also ich muss jetzt außen rum laufen ja so sind wir fertig oder ja jetzt müssen wir nach oben fahren nach white clef ich hab keine kreis irgendwie aber Aufgaben mhm mhm also die anderen kreis fahren auch noch ja ja auf dem diesen zugefrorenen see gibt es äh einen mod zu einen aufsatz ah könnte man den vielleicht machen müsste eine kamera sein irgendwo auf dem see da wo dieser steg reingeht oder diese landzunge mhm müsste eine kamera stehen okay so die kleine mit stativ okay wie zur hölle komme ich da jetzt vorbei doch hier kommt ne warte mal da komme ich auch nicht hoch hä durch die wand bin ich gefahren also ich wurde zurück gesetzt okay bis bis zu level 50 aha ja aber jetzt würde ich auch zurück gesetzt jetzt stehe ich hier unten ja genau wir müssen nämlich außen rum laufen beziehungsweise uns einen weg außen rum suchen gehen das ist fast der schöne scheiße jep jep vergiss es oder poddest du uns weil sonst würde ich ihn jetzt nachhause teleportieren und oben den teleporter nehmen ich kann euch importen oh geil du bist woanders her gefahren ne ja und wieso können wir da nicht rein muss man das kriegen und was muss man hier machen schau dir die figur an und mach ah aber das ist doch dieses flirten oder nicht jetzt bitte was es gibt eine flirt im rot x flirten und du musst nicht in ihm stehen achso muss der da sein während ich das mache ich finde das immer und nicht flirten auch da das dritte okay oh großes optisches Visier bei dir macht er was anderes bei mir bei mir jubelt der bei dir ach man dann macht er jedes mal was anderes kann das sein bei mir hat er auch flirten gemacht wo ich es gemacht habe ach ne ist da ok mein motorrad ist kaputt puti puti ok dann porten wir dich gleich nochmal tschüssi bye bye gute reise ja das sind nur 200 meter wiii ach gatt wo wir kriegen tschankadön ja schön hallo hallo Deine Entscheidung, um Dinge richtig zu setzen, gab mir die Kürze. Es war nicht einfach, um zu gehen. Aber es war Zeit, um zurückzuholen, was sie von mir abzuholen. Mary und ihre Evolutionisten haben mich hier verabschiedet. Es war, wo sie mich experimentierten. Ich werde was, was ich kann, um zu helfen. Äh, oh. Äh, ist das alleine? Ja, das sieht so aus. Hm. Hier kommt der letzte Boss. Ne, das können wir erst ab nächster Woche machen. Oh so? Wow. Oh. Hauptsache, hier kommen nicht wieder Bäume, die mich verfolgen. Wo wollen wir da? Ganz viel. Ich glaube nicht, dass es ja eine Einrichtung unserer Menschen ist. Okay, ich mache Versuche. Uffa. Oh, ich Witness versuche jetzt die Kiste zu. Oh, ich versuche jetzt, dass Sie wirklich durch das Ding anfangen. Aber, und? Ich versuche diese Wanker, was ich vorbereiten für Sie. Zitzen alle diese Kiste zu lösen. Zerstören Sie die Entrühren. Sie hört sich das Ding anfangen. Wo ist das? Ja. Hier geht's ja. Sie auf, wo ist das? Sie? In das? Sie sind sie? Sie sind sie. Sie sind sie. Die Mission ist ganz geil. Okay. Ja. 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 Mal gucken, wie geil die Mission ist. Na, Loot zum Einsenung gibt es schon mal. Könnte auch so sein, dass es so Pisten rumliegen, oder? Hi, Nerf. Hi, Nerf. What a disappointment, Meri-Fly. Welcome to the place of my soul. Oh no. Mhm. Ist der irgendwie unsterblich? Ja. Okay, gut. Okay, seit 80. Ich kann hier oben noch rumliegen. Jetzt laufe ich schon wieder vor so einem Vieh weg, was ich nicht töten kann. Ja, das ist ja easy. Macht der Spawnshorn oder macht das einfach nur die Power? Das nervt immer. Ich hab keine Ahnung, was das macht. Hier gibt's übrigens auch Kisten. Mhm. Ach, ich kann die Kiste nicht looten, wenn du mich angreifst, du kacken Mistvieh. Oh, Waffenkiste. Okay. ... ... Es hat bereits fünf Rezeptoren gegründet und verabschiedet ihre Geheimnisse verabschiedet. Ein Prozess, der sehr ähnlich ist, wie eine Stardust-Infechtung verabschiedetze, verabschiedet seine eigene Selbst. Ich habe entschieden, um LD-081 den Kodenamen Mary zu geben. Als die Inkubation-Phase complete wird, sie hat ihre Geheimnis in der Raum bekommen, hat sie komprehrenziert und instruktioniert. Oh, eine Ausrüstungskiste auf dem Tisch, nur noch mal rutschleuchtet im Raum. Da muss doch was Gutes drin sein, oder? Naja, gut. Hey. Oh, da hast du mystische Kiste sogar in dem Ruppenraum. Nice. MG4 wegen LMG. Oh shoot! Vau dir die Spritze rein! Ich glaube, ich bin zu weit. Ich glaube, ich habe ihren Vater gefunden. Den hatte ich auch. In so einer Kabine, ne? Ja. Kann ich nicht öffnen. Ah, da hast du auch dann die Ausrüstungskiste und die mystische Kiste in dem Raum. Okay, da... War bei mir noch nichts. Hä? Also nicht in die... Also einen Stock weiter unten. Muss halt ein bisschen mehr gucken. Ah, okay. Also eins drunter ist die mystische und darunter ist die Ausrüstung. Auf dem Tisch. Guck ich gleich nochmal. Oh, Wycliffs Zugangskarte V3. Hm, hier ist die Waffenkiste, die du schon gefunden hast in dem Labor. Ich habe die mystische Kiste nicht gefunden. Hast du den Typen gefunden, der da in der Kapsel sitzt? Ja. Auf dem Mittelstockwerk. Ja. Unter dem, sozusagen. Ah, okay, wow. Kann ich auch schon vorbeigelaufen. Oh, Flammzorn, Hades. Und darunter müsste eigentlich auch noch eine Ausrüstungskiste sein. Ja, die habe ich gefunden. Achso, ja doch, doch. Die habe ich schon. Aber jetzt soll man den töten. Hätte die ganze Zeit von diesem Kack Vieh verfolgt. Ja. Dann machen wir es zusammen so gut. Die sollen nicht alle von den Vieh verfolgen. Hä? Was muss ich denn hier tun? Ich verführere ihn. Ha. Also die hat ihren eigenen Vater verwandelt. Ich sage ja, die ist leicht größenwahnsinnig geworden. Ja. Sie wollte ihn verbessern und modifizieren. Warum hat sie das nicht an sich probiert? Ja, dann kann sie ja nicht weiter versuchen, wenn sie, äh, wenn es fließt wird. Ja. Ich glaube, sie hat es versucht, aber hat sich einen Clown eingesetzt. Hier, da gab es doch mal Shuckles. Vielleicht hat sie sich den eingesetzt. Ja. 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 Ich werde dich nicht überlegen. Ich werde dich nicht überlegen. Hahaha. Ist das was du denkst? Dass das ist ein Problem von dir, dass ich mich überlegen? Mit dir stehen hier vor mir. Was soll jetzt die Typen da kommen? O, was ist denn da passiert? Soll ich jetzt die Typen da gehen oder was? Oh bitte, was? als es vorher schon wusste. Aber für das, die Menschheit muss aufzunehmen. Including you. Nave-Lie. Give in, Nave-Lie. Yield to the tide of evolution. Or... ...be crushed by it. Yo. I will protect you. Oh. Keep going. 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 I could also fly. Keep going. Keep going. Keep going. ... Ich habe ein Saisonziel abgeschlossen. Das dachte ich mir nämlich auch gerade. Ja, wahrscheinlich im nächsten. Äh, ja. Dass er das jetzt schon anerkennt. Oh, die sind dann Level 60. Begib dich zum Reiter Saisonziele und schließe Herausforderungen. Oh, wow. Ja, okay. Verlies verlassen. Cool. Das war es jetzt, was wir machen konnten an Quests. Nee, wir können noch zu Trends zurück. Wir können ein Saisonziel abschließen, irgendeins. Und wir können noch einen ganzen Haufen Nebenquests machen. Oh, wir haben, wir haben voll viele, ähm. Okay. Wir haben das mit dem Manibus jetzt im Übrigen, ne? Ja. Als Quest. Kann ich mal eben meine Waffe reparieren gehen, wenn wir hier jetzt durch sind. Das ist nämlich Putt. Neue Aufgabe, wenn man die Escape, um zu verlassen. Wir könnten aber auch noch zu dem verlassenen, äh, vergessenen Monolithen. Ich glaube, das geht erst ab nächster Woche, oder? Das war doch die, ist doch die Hauptquest. Die eine, die wir noch nicht weitermachen können. Aber da können wir ein Saisonziel abschließen und die eine Quest gerade noch beenden. Ja, ich repariere eben meine Waffe. Ich muss gerade mal ein bisschen Wolfram suchen. Weil ich hab's... Ja, ich hab keine Munition mehr und mein, äh, Fahrzeug ist kaputt und... Ja. 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 Welche Quest wolltest du machen? Äh, vergessener Monolith, äh, da brauchst du so'n, ähm, hier diese, womit du Nachrichten platzieren kannst. Die Dinger mit Holz und Stein und... Ach, das Ding, was bei uns nicht geklappt hat, als wir das gemacht haben? Ja, weil wir irgendeinen Monolithen genommen haben, aber der heißt ja jetzt Vergessener Monolith. Oh, okay, cool. Ja. Äh, dann crafte ich mir dieses Ding nochmal eben. Also das Motorrad funktioniert auch nicht wie ein echtes Motorrad, ne? Wie, du kannst mit Motorrad keine Steinfelsen, grab mir hin. Naja, aber wenn du einen Abhang runterfährst, stoppt das Motorrad ein. Dann schau mal. Dann schau mal. Ich habe nicht mehr mit Motorrad. Ich habe mich lieber holen, ich bin wahrscheinlich. Das war nicht mehr mit Motorrad. Das war nicht. Ich bin, dann lege bin, wenn du noch einst, wasst mich da. Ich bin, aber ich bin, también würde ich ja nicht mehr dabei sein. Und ich bin, dann auch mal ein bisschen zu Hause. Ich bin, dann bin, dann bin ich mich über etwas spätiging. Und ich bin, dann bin ich aus, dann bin ich, dann bin ich gut, bin ich dasoa, wie ich mich vergel complete. Ich bin, dann bin ich, dann bin ich sicher. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich glaube eins, aber ich würde vorsichtshalber ein paar mehr mitnehmen. So, alles hält die fast. Das war's. Genau, das hat... Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay, okay. Okay, okay. 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 Okay, okay. 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 Ich kann den herstellen. Okay. Mal das sieht vollsụcgei aus, den Affe. Aber irgendwie mach da nichts. Hmm. Und man die vielleicht anschießen? Das kann ich dir nicht sagen. Hm. Haben Sie es? Oh, doch gleich Strom. Nö. Untertitelung. BR 2018 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 Nothing can surprise me. Untertitelung. BR 2018 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 Da bin ich wieder! Super! Soll ich euch porten? Gerne! Jo! Mal gucken was passiert. Wenn ich gleich irgendwie rumwacke, bist du schuld, ja? Was machen wir hier? Achso. Wir können den Anker hier aktivieren, die Umgebung säubern und im Vergessenen Monolithen die Nachricht platzieren. Genau. Und weil ich davon ausgehe, dass wir hier müssen wir auch noch eine Mini-Quest machen und die müssen wir in der Stadt abgeben. Unter uns sind Kisten. Ah, ja. Aber du lass uns erstmal in die Monolithen rein. Oh. Oh, jetzt sitzt hier dunkel. Ist geschlossen. Reicht es nicht vielleicht, wenn wir das hier schon platzieren? Ja. Cool. Jetzt muss ich erstmal den Gegenstand wiederfinden. Da. Ihr Flüster. Ah, man soll ein herausforderndes Saisonziel abschließen. Hm. Was? Ja, für die Mission. Das soll immer eine Herausforderung abschließen. Oh, wow. Schließe Sicherungssilo Sigma im Modus schwer ab ohne eine Natur-Situation. Okay. Wo sind die Reporter? So? Ja. Achso, das war aber auch mit dem vergessenen Ding, das war von letzter Woche noch, ne? Ja. Ach, schade. Wieso fehlen dir noch welche oder wie? Ja, ich hab noch nicht, äh, von dieser Woche habe ich noch nicht alles abgeschlossen. Also noch nicht alle drei Meilensteine. Ah. Oh. Ich hab ne Aufbewahrungskiste gefunden. Ich hab ein Schiefschuh gefunden. Oh, ich auch. Hm. Hab ich gesehen. So. Oh, Leute, jetzt bin ich in Monolithen drin. Wie ist der Monolith? Der Eingang. Nice. Äh. 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 Ich will nicht wissen, was die da mitgemacht haben. Hier ist die mystische. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das hier eindeutig Folterräume sind. Aber. Das sind eindeutig Folterräume. Äh, ja. Wo seid ihr? Äh. Ich hab markiert auf Deckkarte. Ja. Da oben. Oh. Ausrüstungstour. Oh. Hier gibt's ein Black Hole. Was? Ja. Du hattest hier auch eins rumfliegen? Jetzt ja. Ah. Okay. Ein Elitegegner und einen normalen Gegner noch. Ich brauch einen Elitegegner, der steht da unten. In der Mitte dieser White Box. Meinst du den da? Ja. Das sieht strange aus. Ein bisschen. Ich brauch einen Jaentracken. Als ob die nen Terroranschlag geplant hätten. Hmm. Und so verschiedene Sachen simuliert haben, wo wer stehen muss und so, ne? Gut. Ich hab' vergessen, wenn wir die Hütbarkeit brauchen. Ja, damit würd' ich sagen, haben wir's abgeschlossen. Mini-Boom, da muss ich ja noch so kompakt haben. Sagen wir mal hoch. Und wo hattest du den Eingang gefunden? Da, wo ihr hochgegangen seid, kann man noch eine Etage übergehen. Ah, das will ich mir nämlich auch nochmal ankommen. Ja, stimmt. Das war doch hier hinten, oder nicht? Am Eingang, wo man reinkommt. Oh mein Gott. Wie steht ihr zu der Verwendung von Post-its? Wieso? Ach, nur so. Alter Schwede. Oh. Hm. Können wir das Ding schon starten? Wir könnten, glaub ich, das Ding hier starten. Wat? Ja, aber der ist Level 60. Das ist der vergessene Riese. Und das ist, äh, das, was wir quasi machen müssen für die Hauptquest, was erst in Saisonstufe 4 verfügbar sein soll. Aber bei mir steht hier drin, wenn ich drauf drücke, Verlies in dieser Phase nicht verfügbar. Ja, okay, gut. Das steht bei mir nicht, weil du quasi Truppführer bist. Okay, cool. Schade. Warte mal, hier hochgehen und die Gästen bluten, die da oben sind, oder? Ich weiß gar nicht, ob da welche sind. Mir werden keine angezeigt. Wir müssen eigentlich immer küsse. Oh, guck mal, da ist das Schradern kurz. Ah, okay, das haben die noch, das ist noch nicht gespawnt, das Zeug hier. Interessant. Ja, ich denk mal, dass das, äh, spawnt, wenn auf dem Monolith aufgeht. Mhm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also können wir jetzt im Prinzip nur noch in die Stadt und dann das mit der Manibus-Quest annehmen, oder? Ja, wir könnten noch versuchen, Silo Sigma aufs Schwert zu machen. Hm, wir könnten auch Dings versuchen, das Forschungssilo. Ja. Stimmt. Ich muss hier raun. Oh Gott. Oh Gott. Ich mache übrigens mittlerweile fast tausender Stacks an Feuerschaden. Das ist nice. So, und dann runter in die Stadt, ne? Oh. Oh Gott. 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 Ja, das war so. diesen Schatz von Shark Peak noch finden. Ja. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Aber wo war das denn jetzt? Wir können auch noch andere Quests auf der Karte annehmen. Hm. Ich meine, das wäre hier gewesen. Oh, Sicherungssilo Psy. Ich verwende die Schatzkarte von Shark Peak. Ich weiß nicht. Meinst du, das ist da richtig, Manni? Äh... Relativ sicher. Aber nicht zu 100%. Okay. Ich meine, als ich mir die Karte im Internet angeguckt habe, war das da. Äh... Naja, das wäre... Warte. Wie heißt die Quest nochmal? Äh... Moment. Ja, ich glaube, ich habe die Location gefunden. Also, du bist da schon ganz in der Nähe richtig. Du musst zur Kolonie der Gläubigen. Für der was? Ach da. Die wird dir da auf der Karte angezeigt. Welche Schatzkarte macht ihr gerade? Äh... Die mit der Stufe 7er Quest. Dieser Wahn. Ach, den Wahn verfallen, so. Ja. Ja. Ich denke mal, den Schatz ausbuddeln. Ähm, ja. Das ist ein Schatz. Zu. Ja. Das X markiert die Location. Oh, ich habe Silber gefunden. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Ist es so lange? Was ist das? Oh, hier oben. So, wo ist denn Sicherungssilo Sigma hier? Oh, wir könnten hier noch eine Stadt machen, den Eisbahnknoten hier. Hä, wo soll der sein? Rechts von uns gerade. Es gibt einmal noch Spaltanker Holstadt und da sind auch noch zwei Quests. Ach, Eisbahnknoten, ja, und ich habe auch noch hier geradeaus runter Rotten Saddle habe ich auch noch. Ach so, da muss ich doch. Ja, und ich habe auch noch Gaia Military Base. Und hier unten bei Requiem habe ich auch noch. Also wir könnten jetzt Holstadt machen, dann machen wir den Eisenbahnknoten und dann machen wir Sicherungssilo Sigma auch schwer. Mhm. Einverstanden. Ich brauche sowieso noch Sternenstaub gedünst, damit ich meine Waffe auf Stufe 8 verbessern kann und dann damit auch noch 50 Punkte für die Saison bekomme. Ich brauche sowieso. Ich brauche sowieso. 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 Sowieso waren. Sowieso. 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 Also,owatikonboss образsenda bis f 57 butter aus mit 16 B制. Wasst das, mit 18 F current ab? Walletid, quasi schnell dobratoren uns wie in dieser Wasser wachsen? Der Land ist von minimalerから geplant. Abschnitt. Setz das cheit, wie schon manuscripts ged programmers. Auch in circa 10 B制hocken pro V기� widen. Der war stab diif diret. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Cool, ich hab nur so'n Raum an der bekommen. Oh Gott. Ja, Stufe 50 ist gerade auch das höchste, was man erreichen kann, oder? Ja. Und dann machst du den restlichen Upgrade nur noch mit Waffen und Rüstung. Okay. Ihr habt den Spaltanker hier? Nee, der fehlt mir noch. Aber den Rest hab ich schon fertig. So, wenn ihr Bock habt, kann ich euch porten. Ja, bei Holz ist es. Alle vom Motorrad absteigen. Bin abgestiegen. Oh, oh. Oh. Oh, hier hab ich schon alles. Außer den Spaltanker? Nee, den hab ich auch schon. Oh, was? Mir auch. Oh, ich hab die Quest da vorne noch nicht angenommen. Ja, die hab ich auch noch nicht. Die Quest, die hab ich fertig. Jetzt bloß nicht ins Fenster reinfallen. Sie ist ins Fenster reingefallen. Ähm, vielleicht. Ganz vielleicht ist das passiert. Also, hier hab ich nichts mehr. Oh, da hinten ist eine lila Kiste. Lila? Ja, diese Glitzer-Dingsbums. Ach so, ja. Oh, ne Waffenkiste. Ja, die kannst du immer lösen. Das ist sogar ein Boss. Wahr. Nichts zu essen. Ich red vom Spiel. Arme Mani, verhungert. Ja. Überall werde ich hungern gelassen. In echt. Im Spiel. Schlimm ist das. Lasst mich in Ruhe. Hier oben ist eine Waffenkiste. Und weg ist sie. Und weg ist sie. Hä? Hä? Sigma wollt ihr auf, auf, auf schwer machen, oder wie? Ja. Okay. Wow. Ich brauch immer den nicht so stark. Genau hier, äh, ob, wollen wir da oben den eifrigen Anhänger noch machen? Hä? Eifrige Anhänger? Hast du den Crest? Ja. Genau nördlich von uns. Hab ich bestimmt schon. Ach nee, was war jetzt der Zahlencode dafür? 1, 2, 3, 4. Müsste aber auch im Crest-Log stehen. Ja, und oben. Da hab ich auch nicht hingeguckt. Also ich hab keine Crest nördlich von uns. Mani, wie sieht's bei dir aus? Bist 30 schon abgeschlossen. Äh, meinst du eifrige Anhänger? Ja. Hab ich theoretisch noch. Wollen wir machen, oder? Nee, ich würd mir die Quest tatsächlich aufheben. Ich denk mal, dass wir nächste Woche theoretisch bis Stufe 60 kommen. Und wenn wir die Quest dann machen, kriegen wir halt die Erfahrungskunde noch mit. Ja, ich weiß nicht, ob das so viele sind. Auch Kleinvieh macht Mist. Ja. Geht mal ein bisschen Wolfram sammeln. Jo. Ha. Braucht man Iwan endlich. Allein für die Muni. Ja. Allein, was wir gestern verbraten haben für den zweiten Boss. Nee, für den ersten Boss, den wir zweimal gemacht haben. Wow. Nee, den ersten Boss haben wir doch nur einmal gemacht. Wir haben dann einen Silo zweimal gemacht. Nee, nee, hier, wie heißt er? Äh. Der, der dann die Schatten gespawnt hat, den hatten wir auch zweimal gemacht. Echt? Ja. Dann haben wir noch einmal gemacht. Hier sind Stufe 17? Ja. Ja, wir sind hier im Low-Level-Gebiet. Und dann haben wir den Spaltanker noch nicht gemacht? Ja. Oh, wow. Macht ja nicht alle. Ist ja zeitaufwendig alles abzurennen. Ich habe irgendeine Kiste gefunden. Ich glaube eine Waffenkiste oder so. Hier oben ist eine Ausrüstungskiste. Und dieses lieber läuft das Ding. Ausrüstungskiste. Ja. Äh, ich habe aus Versehen als Gegner markiert. Da war noch eine Ausrüstungskiste. Aber das hat man noch nie bekommen, die Seerotts. Ja. Nein, Seerotts. Und das wird es ihm nicht zu schicken. Cool ist. Ich glaube Schienen funktionieren nicht so. Doch, doch. Das sollst du es nicht. Mhm. So ein Kreuz. Hui, da hinten war irgendwas großem. Ausrüstungskiste doch. Haben wir jetzt schon, äh, die mystische Kiste gefunden? Nö. Okay. Ich bin hier oben da. Oh, wie geil. Wie viel von Sternenstabgedöns habe ich jetzt? Ich bin ein Leuchtenbruch. Ich bin ein Leuchtenbruch. Also, ich bin ein Leuchtenbruch. Ich bin ein Leuchtenbruch. Ich bin ein Leuchtenbruch. Dann holen wir doch erstmal den Spaltanker. Okay. ich wette mit euch irgendein saison ziel ist noch aktiviere 60 spaltanker oder sowas garantiert ich hätte noch eine waffenkiste falls irgendwie interesse besteht was weiß nicht aus jetzt nicht so wahnsinnig dringend wie wärs mit dem tischventilator high endgear 17 vielleicht wenn du glück hast einmal kalibriert stufe 2 oder 3 genau hier wenn das so ist wow über die scheiß gleise kann man nicht rüber fahren oh mein gott ich krieg unglaublichen schaden ich sterbe gleich ja genau oh ich habe ein fettsack gefunden man kann sich nicht selber finden wow das war deine vorlage ohne scheiß wie soll ich dir bitte nicht ich krieg diesen blöden deviant nicht erkundung abgeschlossen wieso ist dein katana schon ein schrott nee aber ich will diese mechanische hand haben kann dir einen teil geben wenn dein ding kaputt ist mhm das wäre nice aber das braucht echt ewig diese hand produziert echt wenig so und jetzt zum silo sigma so wo ist denn das rechts um die ecke wo ist denn dein beiwagen fehlt noch so ein beiwagen mit so einem geschützt auch so ein kleines ja eigentlich schon würde bestimmt eine pannen machen oder um zu pannen huiiiiiii oh das tut weh tschüss motorrad oh kaputt manny wo bist du äh ich habe kurz meine waffe kalibriert ich konnte die noch einmal auf stufe 8 bringen und habe jetzt das saisonziel fertig und dann gleich mit dem sigma dingsbums habe ich es dann komplett fertig inno pro oder empfohlene spieler 4 level 60 klar warum nicht auf geht's ich glaube ich habe mal eben also schwachstellen schaden macht mehr damage 10 prozent alle anderen minus 15 osse kriegen macht mehr schaden wenn sie weniger leben haben bis maximal 30 prozent und 30 prozent ist bei 20 prozent leben erreicht also wenn es 20 prozent wenn die nur noch 20 prozent leben haben machen sie insgesamt 30 prozent damage mehr ja das ist doch angenehm gut und alle ja ihr könnt ja starten ich kann mich ja auch von hier aus teleportieren ja ist nicht dass ich starten kann doch doch weiß mein haus ist weg und mein haus ist einfach unter mir die spawnt also jetzt bist du im keller von seinem haus die keller aufräumen da sind aber nicht irgendwie irgendwelche besonderen nebenbedingungen mit rangeknüpft dass man nicht irgendwie kritischen schaden oder so bekommen darf oder ähm bist du dir sicher dass du auf pro gestellt hast ne ne das ist 50 ja die sind stufe 15 ja gut ist halt auch sigma ne ne es muss die müssen dann 50 sein oh shit stimmt macht Sinn sollen wir nochmal rausgehen werde ich nicht mitgenommen ja komm wir können eben hier fertig machen ich bin schon raus ich geh mal solo rein ich guck ob das hab die wirklich gut gefunden sind das irritiert mich vielleicht ist es auch verpackt ah ne es ist normal die sind jetzt 50 ah und es steht oben links nur sigma bei mir steht sigma schwer wow danke wir haben uns gegenseitig blockiert sehr gut weißt du so unrealistisch wie dieses spiel in manchen punkten ist aber hauptsache wir können nicht gleichzeitig eine leiter hochklettern ja das wäre ja das wäre ja total unrealistisch das geht ja gar nicht ja ja es ist auch ja ne hallo boss ich mach dich mal eben hallo boss ich mach dich mal eben mini wunder ha das saugt cool in 1 ja ab ja 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 per ja ja je ja ak ja Ich bin bereit, zu jeder Zeit. Das Strogen ist rausgeflogen. Was? Mhm. Wenn man im Team nicht mitmacht, dann wird man rausgeschmissen. Als Leader. Oh. Ich hab doch gesagt, ich geh raus. Ich hab doch nachgeschaut. Bis später, Lala. Und viel Spaß noch. Bye-bye. Nee, nee. Du bist aus dem Team geflogen. Ja, das ist ja, wenn ich rausgehe. Ach so. Ich dachte, du bleibst drinnen. Nee, nee. Ich bin ja raus aus dem Verlies gegangen. Mhm. Äh, ich schick dir mal ne Eiladung rüber. Ich glaube nicht, dass ich da rein kann vermutlich. Seid ihr schon fertig? Ja, ja. Oh. Du stehst schon die ganze Zeit hier. Ich hab dich geheilt. Ja, ich war im Inventar und hab mir ne Waffe angeguckt. Oh, ich hab die Abtrünning-Jacke bekommen, ohne dass ich mir den Bauplan davon kaufen musste. Wie gut. Vermutlich fünf, ne? Ja. Das Ding ist halt, ähm, ich kann sie leider nicht reparieren. Es gibt nen Trick. Du musst das suchen, was, 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 was der Cock die ganze Zeit sucht. Diese Hand. Weil mit dem Hand kannst du den Allzweckswerkzeug bauen. Angeblich kann man damit auch Rüstungen reparieren, die man nicht gebaut hat. Oder keine Pläne hat. Ja. Atom-Bombe. Oh, nein. Wiederhören. What the? Döder Sniper da hinten. Hier. Extremation. Tres. Tres. Watson. Hoi. 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 ein leichten die laders gehen oh ja ich schieße dann kriegen sie schaden oder aber wir dürfen hier nicht drauf gehen also keine nahtoderfahrung was war denn das für ein boss das war kein boss nee nee was war denn das für ein boss hier auch so ein Vieh wie wir das gerade besiegt haben also so ein Panzersoldat Affenkiste okay ihr schnetzelt erstmal Aufbewahrungskiste oh ich habe erdgelbe quadratische kacheln bekommen oh nicht gps naja ist im Bauplan ich kann da und die falschen mods ja du weißt schon dass es da wo du bist weiter geht und unsere Bonuskisten sind was Manni du gehst gerade weiter ich weiß ich habe die Kisten doch so schnell jetzt sind wir so langsam nö ihr habt einfach geschnetzelt während ich gelootet habe ich dachte das macht man so das ist so ein Loot Goblin hier wie die Diablo 3 Rucksack auf dem Rücken und dann gib ihm ich Thousand der aber bitte noch nicht weitergehen ne ich würd gern die Tür aktivieren. Echt? Willst du die noch mitmachen für die Quests jetzt? Müssen wir nicht. Wir können erstmal das Dingestens so abschließen und dann die nochmal machen. Ne, wir können auch die Tür hoch. Ja, okay. Ja, gut. Okay. Wieso, was ist in der Tür? Da sind halt nochmal Gegner hinter. Ich mein, wenn wir es jetzt nicht schaffen, können wir es dann nachher nochmal machen. Ja. Ja, nochmal auf Level 5. Ab ins Kinderspiele-Paradies. Uhu. Willst du dich eben heilen? Dacht ich mir. Da packt mal da deine Spitze. Äh, warte. Gute Idee. Ich muss mal eben umstellen. Ha, jetzt hab ich 54. Was? 54? Ja, also wir müssen hier in der Mitte stehen bleiben und alle Gegner tönen. Oh boy. Achtung, fett war's. Und noch einer. Oh mein Gott, und noch einer. Und noch einer. Oh Gott, schuf, ich bin down. Ich auch. Wir alle. Ja, wir alle. Vielleicht lassen wir das hier. Wieso kommen wir Fettsäcke? Ja, also dann machen wir gleich den Run nochmal. Kannst du dich aufheben vielleicht? Ne, du 3,4,7. Oder hast du keine Atomaneen? Ne, hab ich nicht. Ich hab auch keine mehr. Oh Gott. Ja, die kann man halt nicht selber bauen, irgendwie. Doch. Echt? Ja. Ja, weiß nicht. Ich hab mir die Nacht schon. Oh mein Gott, die darf nicht weg. Ich hatte schon so ne Ahnung, warum ich hier nicht rein wollte. Ja, ich kann die nachvollziehen. Wow. Achtung, Fettsack. Da kommt das Boss. Monster, Vieh. Da wirft nen Teddy. Wie wack ihr Kinder. Köpfe. Oh nein, der hat keinen Schachbruch. Brau dich, ein Passwort, die nehmen dir vor sich. Pass. Achso, die klappen wir so an. Und keine Kinder. Köpfe. Ich denk's, das ist gleich noch ne Ausrüstungskiste. Hm, und der Automat auch. Eigentlich, ne. Ja. Ach, hier ist der Loot für den Boss. Oh, ich krieg einfach den Sniper da raus. Äh, Bonus, äh, Schaden für Präzision. Sprachstellen. Fadens, Bonus, Präzision. So. Oh, Sekunde. Ich hab irgendwas mit Elementar bekommen bei den Mods. Ich muss ganz kurz schauen. Okay. Elementare Überlastung. Elementarschaden plus 18%. Das war bei meinen Handschuhen. Ja, cool. Nochmal 18% mehr Schaden. Nice. Status SDN plus 20%? Okay. Lass mal hier gerade durchlaufen. Das waren, das waren Suiziddrohnen. Das war ein Suiziddrohnen. Das war ein Suiziddrohnen. mit Feuer. Yo, der heilt sich. Ist klar. Und ist vollkommen immun. Hä, das muss ich nicht tun. Hebe die Shadow Gatling auf und zerstöre auch oh mein Gott sind da viele Viecher Jesus Maria wow gett ihn, oh scheiße okay Wo ist der Boss? Ja, hier hinten. Gut. Nice. 30. Oh, das geht noch. Heißt, den einen extra Raum machen wir dann beim nächsten Durchlauf nicht, ja? Ja, ja. Warum habe ich so viel Schaden gemacht? Ich schuhe ihn. Ich schuhe ihn. Ich schuhe ihn. Das ist am Brandschauen, der ist nicht echt nicht schlecht. Ja, stimmt. Ja, gut. 1.000 und also 2.000 pro Tick. Also pro Sekunde quasi. Ja, krass. 2.000 ist wirklich krass. Ja, also das tickt halt relativ schnell runter und ich glaube, dass das ungefähr zweimal tickt pro Sekunde. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, ich glaube. Waffe reparieren. Alter, kriegt man hier viel Müll. Magazinkapazität 75%, Nachladetempo minus 30. Untertitelung des ZDF. Also, ich könnte wieder teleportiert werden? Jo. Doch. Okay. Ich habe auch meine ganzen Mollys noch ausgerüstet. Ich habe nämlich noch drei Lilane und sechs Blaue. Die machen auch nochmal Gutschaden. Ich habe auch meine Mollys noch ausgerüstet. Oh wow. Das war knapp. Das war knapp. Wow, bei mir warst du einfach die ganze Zeit da unten und hast dich auf einmal nach oben teleportiert. Die Server laufen gut. Ja. Bei mir genauso gewesen. Heil dich! Wow. Ich bin ein Snatter-Siegel. Ach, das ist so schön. So, nochmal hier rein, oder? Ja, gerne. Hehehe. Nein. Aber, 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 aber... Nein, nichts aber. Aber wir sollten jetzt mehr auf eine Ecke sein und wenn der Typ hier rüber gewandert ist, wechseln wir auf die andere Seite rüber, oder? Ja, wir brauchen eine Verteidigung. Hier ist nichts, wo man sich dahinter stellen kann. Ja, aber man kann hier einfach hinter. Da ist auf der anderen Seite schlecht, da ist nichts. Also ich würde dann hier in die Richtung hier rennen und dann halt weiter Richtung Anfang rennen, weil da drin ist halt nichts, wo man sich dahinter stellen kann. Ja. Hehehe. Das hat was gespricht. Oh, nee, weg. Der Typ ballert volle Karn auf dich. Grüne Rätschen. Manni. Ah, ich kann die Gettle nicht holen, wenn er auf mich aufließ. Ich kann die Gettle nicht holen, wenn er auch nicht draufließ. Ich stehe neben mir und schaue euch an. Das ist geil. Hast du keine Chance? Wir müssen erst das kleine Vieh wegmachen. Ja, da bin ich grad die ganze Zeit dabei. Okay, gut. Ich ziehe den mal weg, den Dicken. Dann habt ihr vor dem zumindestens Ruhe. Ja. Problem ist, ich brauche halt einfach zwei Schüsse auf den Kopf. Verhalten. Das ist lästig. Ach, du gehst nicht da. So, ich hab Gatling. Oh Gott, ist sie langsam. Ja, du musst ihn herlocken, wenn's geht. Ach Gott, jetzt hat er mich anvisiert, scheiße. Lass die Gatling fallen. Jo, hat mich auf Fokus. Wer ist jetzt auf Fokus? Ja. Yes, Spielsatz und Sieg. Yay. So, jetzt rennen wir schnell rüber. Wir haben fünf Minuten, um das zu schaffen. Ne. Juhu. Ich hab die Saison fertig. Nice. Was haben wir denn da noch für eine Belohnung? Bei zwei. Ah, okay. Die Nachrichten da lassen. Was haben wir denn da noch für eine Belohnung? Bei zwei. Ah, okay. Ich hab einen Schlagstock bekommen. Yay. Ich hab einen Schlagstock bekommen. Jetzt hab ich mal. Was ist denn das? Matana hier. Das würd ich gerne haben. Geil, oder? Ja. Ja. Das hab ich das letzte Mal jetzt hier auch nochmal bekommen. So, hat das als Aufgabe für... Ne. Will der mir jetzt sagen... Manni, ist bei dir die Level 30er Hauptmission abgeschlossen worden? Nein. Okay. Level 30er Hauptmission? Wie? Wo? Saisonziele. Von? Bescheid? In deiner Mission. Ja, das hat bei mir nicht dazu gezählt. Ne, bei mir auch nicht. Ich dachte vielleicht, weil du ja Dingses abgeschlossen hast. Die komplette Saison. Ne, leider nicht. ... ... ... ... ... Iraksiam ist doch die Spinne, oder? Ja, aber die sollst du solo machen. Ja, auch schwer. Auch nicht schlecht. Wir könnten noch Sicherungs-Silo-Psy machen. So, wir können auch noch dieses Guided-LP-Evolution machen, ne? Mhm. Mhm. Muss mir eben noch drei Haut besorgen. Weil dann kann ich, äh, meine Hose, äh, mir das zweite Teil von meinem Set herstellen. Dann mache ich nämlich nochmal plus acht Prozent Elementarschaden mehr. Okay. Also der höchste Stack, auf den ich mit Elementarschaden habe. Elementarschaden bis jetzt gekommen bin, war 1.300. Ich glaube, ich bin bei 1.200. Machst du auch Verbrennung oder Blitz oder so? Blitz. Ja, da ist Verbrennung in dem Sinne schon besser eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also das bleibt halt oben. Ja. Ich finde keine Viecher, die mir Haut geben. Kann ich hier nicht irgendwie mal Wildschweine oder so lang laufen? Ich finde nicht, wenn ich irgendwo hingucke, überfahre ich die Viecher. Wildschweine. Ja. 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 Also, ich hätte noch einen anderen Vorschlag zu machen. Man könnte jetzt auch mit Planet Crafter anfangen. Das würde ich eigentlich lieber am Dienstag im Stream machen. Ah, okay, ja. Okay. Okay. So. Ja, ich brauche schon wieder Wolfram. Oha. Oha. Ich habe noch einen Mod für jede 10% Schwachstellentrefferrate aus dem vorherigen Magazin wird der Elementarschaden um 4% erhöht, bis zu einer maximalen Erhöhung von 24% die 10 Sekunden anhält. Nachladen setzt die Kalkulation zurück. Joa. Noch mehr Elementarschaden? Ne, also die wird nicht repariert, die Ausrüstung im geringsten halbbach. Ja. Auch mit dem komischen Set oder was? Ja. Ich habe es mal alles repariert, was ich jetzt mal nehmen kann an der Werkstatt, äh Werkbank. Mhm. Oh, meine Rüstung hat immer noch 68 von 400. Hattest du mal dieses Set aus, äh also gestartet, diese, also einfach verwendet? Ja, ich habe es verwendet. Zweimal jetzt. Schade. D. Und das, was du reparieren wolltest, war auch ausgerüstet? Das gilt auch hier drin. Sie gilt nur für die Ausrüstung, die du hergestellt hast. Ah. Schade. B. Ich brauche Sternenchrom. Mhm. Wofür brauchst du Sternenchrom? Um mir das Set auf drei Teile zu pushen. Ah. Weil mein Oberteil ist bald kaputt. Ja, ich bräuchte auch, ähm, noch so 6000 Sternenchrom, damit ich mir mein Set noch auf vier Teile upgraden kann. Das wär super cool. Hat irgendwer von euch in der Nähe von diesem LP Evolutions gedönst die Teleporter? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ihr habt alle geholt, oder? Ja. Okay, cool. Ich nicht. Ah, ich brauche noch ein bisschen. Ja, ja, eigentlich cool. Ey. So, jetzt hab ich meine Rüstung mal noch tief abgebradet. Mit Region 5. 10. Halt dich ein bisschen mehr aus. Und mach mal die Waffe auf 10. Boah. одно an. Tiefst du hier. Tochter. Tu 저. Oh, Boss. Oh, Boss, I'm trying to get the bomb here. Oh, Boss. 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 Ich hab hier ne Tür aufgemacht. Oh Gott. Ja. Das war knapper als es hätte sein müssen. Oh, Aufbewahrungsruhe. Äh. Äh. Oh. Ich nehm Abknüpfung. Oh. Oh. Ups. Ähm. Also die berühren es doof. Wir bauen es hoffentlich nicht, oder? Diesen nicht auf dem Boden liegen Dingens hier, oder? Ähm. Lass mich raten, du hast kein... Nö. Warten. Hm. Ja komm. Ach so. Ja, ich muss warten, bis der unten ist. Hm. Ich dachte, ich könnte da easy peasy eben durchjumpen. Hat aber nicht so ganz so gut funktioniert, muss ich zugeben. Bist du dann instant tot gewesen? Oh, nein. Nee. Ja, das war knapp. Nein. Nicht schon wieder. Und soll ich her robben? Ich mach mal aus. Ah. Oh. Oh. Okay. Danke. Jetzt macht das wieder an. Ups. Oh, das ist wieder eine Clip, den wir letztens von New World gesehen haben. Wo eine ständig in diesen Lasern gestorben ist und aufgehoben wurde und wieder gestorben ist. Ja. Oh. Boah, ist das hier gemein. Aber das ist nochmal das Heftigere, oder? Ja. Habt ihr die Kisten hier hinten drin schon? Äh. Ja. Gib mir einen Moment. Ich muss mich eben teilen. Fuck. heil mich. Oh, danke. Ich hab mal den Laser ausgemacht, ne? Wir sind doch schon alle durch. Hier ist ne Heiltasche. Oh, leeres Haus. Oh, leeres Haus. Wo ist ein leeres Haus? Jetzt weiß der Boss. Oh, leeres Haus. Cool. Das macht ihm keinen Schaden. Der ist eingefroren. Oh, der Feind ist auch eingefroren. Ich hab mein Molle... Hier hat Dings drauf geworfen. Wow, wir kämpfen gegen einen Kühlschrank. Wow. Der macht ein bisschen Schaden, der Kühlschrank. Oh. Hm. Okay, der heilt sich. Oh, er schießt mit Eissapfen. Ja. Da oben ist auch noch ein Snatter. Ich komm nicht mal um den Snatter. Benutze den Eispickel, um die Barriere zu durchbrechen. Wat für ein Eispickel. Den da. Den da. Der Snatter ist down. Oh, ich komm mal da rüber. Und ein Eispickel. Ach, die Barriere. Okay. Okay. Tja, das macht doch keinen Strom. Ja. Hat der schon den Schwachbund von dem Viech bekommen? Mhm. Wow, die Truhe. Äh, wenn der den Kopf aufmacht. Der Kopf ist doch offen. Ja, wenn man direkt reinschießt. Hab ich. Hab ich nicht. Ah. Ah. Oh ne, die macht um. Aber die will wohl nicht. Wuuuh. Ah ne, ich hab die will zu. Mann. Da kommt ne Drohne auf dich zu. Oh. Oh, er ist wieder. Das ist schön. Ich hab hier unten auch den Elite-Gegner. Gerade an der Backe. Der Boss ist lustig. Ja. Mach was anderes. Ich auch. Das Ding ist, ich mach hier keinen Feuerschaden. Du machst überhaupt keinen Schaden. Oder kaum. Was? Oder machst du nicht den Eis-Heini? Ich, ich mach nicht den Eis-Heini. Okay, der Kühlschrank kann wieder... Jetzt nicht mehr. Wo ist er jetzt aktiv? Na, wieder da oben. Vom Anfang. Ne, hier hinten ist einer aktiv. Okay. Da hinten. So, wo ist ein Eispickel? Ich werfe. Hab getroffen. Kann sie es abschießen. Auf die Eiswand. Wann wieder? Ja. Boah, du machst ja krassen Schaden. Ja, klar. Eiskut. Teuer. Krieger. Ah, perfekt. Dankeschön. Oh yeah, Mutationen. Nice. Schneekugel. Wir gehen alle in Level 2. Jetzt kriegen wir Eis, oder? Hahaha. Ich bin den Abhang runtergerutscht. Nur ne blaue Waffe. Jai. Man merkt sofort, wenn der Gegner empfindlich ist. Hahaha. Oh ja. Der hat kein Feuer gemocht. Nee. Wobei der Kühlschrank bei mir gar keine Feuerstacks bekommen hat, wenn ich da drauf geschossen hab. Hm. Ups. Tja, die Quest. Hm. 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 Ich nicht. Du hast vergessen sie anzunehmen vorher, oder? Ja. Sollen wir sie nochmal machen? Können wir. Ja, dann los. Ich mein jetzt haben wir ja die ganzen Kisten schon gelootet, jetzt können wir die sowieso nicht nochmal, dann können wir einfach durchrennen. Ja. 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 Manni ist gleich heimgegangen. Na klar. Sie macht's allein. Ja. Brauchen's nicht. Durchschnitt natürlich. Mehr. Blöden Bananen. Gott. Gut. 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 Hast du die Truhe schon da drüben? Ah. Welche? Die auf dem Holzvorsprung. Achso, ja das hat sie. Die ist gleich mal zurückgerannt dann. Von der hier. Ah. Genau, eigentlich. Ich hätte ja vor, dass es gute Friends in Fire gibt. Oh mein Gott. Das ist gut. Ihr werdet am Arsch, weil ich treffe eher euch als die Gegner. Ich würde das feiern. Glaub mir nicht, wenn du mit mir spielst. Wenn du mit mir spielst. Ich würde das tun, wenn du mit mir spielst. Was? Ich würde es nicht mehr für mich auf versuchen. Ich würde es nicht mehr sch�니다. Ich würde es nicht mehr schlafen irgendwie schlafen. Das war derart. Da hat auch hier alles gecleared. Ahja. Wollen wir jetzt mal hier rein? Da waren wir vorne drin. Und was war da drinne? So ein Sanitätersack. Oh. Ja, ich hab da noch. Hier. Wie sprengen wir das eigentlich? Mit Rechtsknick oder drauf schießen? Nee, das geht irgendwann automatisch. Oh, ich schweiß schon wieder. Ahja, jetzt bin ich schneller. Oh, Loot. Manni, du bekommst das hin. Zieh schon durch. Ah, super. Warte ich mir sterben. Ach, die werden nach und nach aufgetaut. Oh, ist ja krass. Oh, shoot. Äh, ich bin, bin, also vielleicht bin ich da unten. Oh, ich auch. Ich bin gut. Ich würde noch nicht den Sniper zurücklassen. Das ist ja krass. Oh, ich bin... Komm und getaue. Bis. Oh, da unten. 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 Oh mein, ist zappen. Ich muss so wieder sterben sein. Das war's. Sollte weitergehen gehen. Zum Boss ist echt einfach, wenn man was fehlt wird. Ja. Der ist echt verdammt easy. Oh, nochmal ne Schneekugel. Nice. Ich hab eine legendäre Waffe bekommen. Eine Sokr. Drei Treffeln. Geldregen hab ich bekommen. Sturmgewehr. Wow, meine abtrünnigen Jacke ist jetzt schon kaputt gegangen. Ich hab sie gerade eben erst ausgerüstet. Oh wie. Dann wieder die andere an. Nach dem Tod eines Gegners lädst du zwei Kugeln aus der Reserve nach. Nicht mehr als 50% des Magazins. Waffen-STN und Status-STN. 10% bis zum nächsten Nachladen. Hä? Hört sich das interessant an. Ich muss neue Munition herstellen, bevor wir dieses Forschungs-Dingsbums da machen. Lass mich da zuerst in die Leckbank ausdrücken. Oh ja, gerne. Ach, shoot. Hätte ich eben schon Bescheid sagen können. Ärgerlich. Ich muss sowieso ein bisschen Wolfram farben erst. Dann muss ich auch noch. Ansonsten stell ich nämlich gar keine Munition her. Wo bist du denn hier? Immer noch da, wo ihr mich zurückgelassen habt. Aber das ist schon okay. Versteht es natürlich. Man kann halt nicht immer zusammen bleiben. Wir wollten dir nur das Erz überlassen. Hm. Ja. Oh, ich habe meine Munition dagelassen. Hm. Also, ich habe dir jetzt eine neue Werkparken gebohrt. Ich weiß nicht, ob du da schon was drin hast in der anderen. Kann's aber auch. Achso, ne, in der anderen ist nichts drin, aber dankeschön. Alte kannst du wegreisen. Dankeschön. Wo ist denn deine Stromversorgung? Draußen. Was hast du da für welche? Ich könnte die bessere bauen. Na, das passt schon. Ich verbrauch momentan sowieso nicht so viel. Oh, du hast keine Siegerung. Oh, keine Siegerung. Oh, keine Siegerung. Nix. Siegerung. Ich könnte deine wegreißen und meine hinbauen. Ich könnte jetzt für jede Teil 2 Energie mehr produzieren. Ich kann hier nicht meinen Motorrad reparieren, oder? Ja. Ja. Ich glaube eher weniger. Weiß ich nicht. Doch, ich könnte. Aber dann würde ich deine Ressourcen verbrauchen und ich sehe, du hast nur Gewollkraft. auch bezü world ist gewollkraft. Ja, das ist richtig. Ja, naja, dann lauf ich. Eziehungsweise. Warte mal. Tschau tschau. Tü-tü. Da. Ich fahr einfach nach Hause. Den nie benutzten Truck, äh, nicht Truck, äh, Jeep. Ländefahrzeug. Weil eigentlich will ich ja eigentlich eh sammeln. Eurer Wolfram. Das ist ja zum Glück nicht so weit. Also seitdem ich den Borra gebaut habe, hab ich den noch nie nachgeladen. Das ist immer noch die erste Füllung, die da drin ist. Hm. Und ich hab schon verdammt viel abgebohrt. Ja, mit dem Solarbohrer hab ich da auch keine Probleme. Ich hab ja gar keinen Solarbohrer, ich hab nur Macht. Ah. Also den besseren halt. Aber den hab ich nie nachgeladen bis jetzt. Haltet echt ewig. Ja. 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 Ich hab nicht so viel Wolfram auf einem Fleck gesehen. Bei mir hier hinter der Tür ist das ziemlich hardcore. Okay. Da hab ich immer in die falsche Richtung geraten. Aber wieder bei meinem alten Haus am See, das habe ich nie Wolfgang gefunden, nie. Ja. 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 Die habe ich auch noch nicht wirklich gemacht, weil ich keine guten habe. Die habe ich auch noch nicht gemacht. 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 Ich würde mal eine ganz kurze Pause machen. Und dann können wir ja dieses Institut der Evolution machen. Okay, also bis gleich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Machst du doch auch echt einfach. Die ist ja noch auf den Street gekommen. Nee, ich bin danach schlafen gegangen. Jackie, also ich war so um, keine Ahnung, viertel vor zwei, zehn vor zwei im Bett dann. Und Jackie um zwei. Ich hab nicht mitbekommen, dass Jackie reingekommen ist. Und warst du wohl ein bisschen müde? Mhm. Verlies in dieser Phase nicht verfügbar. Sehr gut. Gut, dann sind wir durch. Ist halt Stufe 60. Wir könnten noch Nebenquests machen. Aber du hast doch gesagt, der macht diesen Verlies für die Skier von den Waffen. Ja, ähm, unterschiedliche Server sind in unterschiedlichen Phasen. Ah. Also hätten wir zum Beispiel auf dem ersten Server angefangen, wären wir wahrscheinlich in Phase 4 oder so. Vielleicht sogar schon wieder in 1. Ich hab gehört, wir fangen auf Server 1 nochmal neu an. Was? Wieso 1? Wieso bist du auf Server 1? Weil die da wahrscheinlich weiter sind. Ah. Von den Phasen her. Aber da musst du ja alles neu machen. Bis auf die Bauklinge. So, was hab ich sonst noch? Glaub ich sonst nichts mehr? Also ein paar Nebenquests. Ja. Ich hab gar keine Lust neben Quests zu machen gerade. Einen primären Krieg müsste man noch machen. Dafür bräuchten wir aber mehr, ähm, Explos-Schaden. Und ich hab keinen Sternenstaub, um Granaten herzustellen. Kettenwerfer soll wohl scheiße sein. Hm. Ich meine, die Vortex-Dinger wohl die besten. Hm. Ich komm von Hause. Joa. Ja. Das war ja jetzt enttäuschend. Möchtchen. Äh. Da ist es. Wir sind. Was kosten denn diese Vortex-Granaten? Boah, ich kann genau einen bauen. Wow. Beziehungsweise könnte ich 20 bauen. Das würde mir dann ausgehen. Die Säure. Ja. Haha. Wie wohl da Granatwerfer ist? Hab ich noch nicht mitgespielt. Und guck. Und guck. Wunderschönen. Wunderschönen. Ist das jetzt hier? Wunderschönen? Für mich ist glaube ich, dass er Sicher entschied sich. Ja, ich mach mal mitnehmen, Mission. Welche Mission? Irgendwelche Nebenmission. Vielleicht hätte ich vorher prüfen sollen, ob mein Motorradteil ist. Aber, ich glaube, dann würde ich mich auch erstmal verabschieden, weil ich dann mit dem Hund rausgehe und dann spiele ich gleich noch ein bisschen Planet Crafter und gucke, wie man da eine schöne Base bauen kann. Im Creative Modus. Dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Danke, gleichfalls. Danke. Danke. Und ich schreib dann gleich im Stream weiter. Jo, mach dat. Jo. Bis dann, bye, bye. Bye. Also jetzt ja wirklich auf Schlacht Totentanz. Oder hast du jetzt noch irgendwas Großartiges zu tun? Hm. 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 Nicht so richtig. Soll baue ich meinen kleinen Zuft um. Schau mir das mal bei dem Zuft an. Platzmäßig und alles. Ja. Ja. Jetzt ist gefühlt nichts mehr zu tun. Ja. Irgendwie schon. Also man könnte vielleicht im Eternal Land noch irgendwas machen. aber da weiß ich auch nicht. Also das kleine Fahrzeug ist irgendwie cool. Ich hab mir jetzt da so eine, äh, wie heißt, eine Raute drauf gebaut. Mhm. Dort hab ich dann links, rechts Geschützschirm nach vorne ausgerichtet gebaut. In der Mitte eine Solarstation. Und vorne zwei Kisten, hinten den Zerstörer. Also den, so ein Zerkleiner. Okay. Das, das sieht schon witzig aus. Wenn man mit dem Ding fährt. Sieht aus wie so ein Drache. Okay. Vom Steigen lassen so ein Drache. Ja. Ja. Na, für das Person anrichtet. Oh, okay. Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hast du noch die Mission mit dem wandelnden Schloss? Oder Haus? Ne, die habe ich schon Musst du vier Punkte abfahren Ich hoffe, dass er da ist Ja, ich glaube, er ist da Oha Das ist so cool, dass man einfach das Craften kann, den Staub Ja Richtig geil Geil Läuft das Haus jetzt durch die Gegend? Yes Das tut das Nice Aber das ist eine Soloinstanz Ich weiß nicht, ob das zu zweit ist, das hat aber eine Instanz Okay Also die anderen Spieler sehen das Mhm 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 Oh, okay. Ja, jetzt sind wir wirklich sehr gut das an, was wir so machen können. Ja. Oh, man kann auch die Belohnung abholen. Welche Belohnung? Samstagsbelohnung unter Events. Achso, ja, die habe ich heute Morgen abgeholt. Man kann sich echt Antrenalin bauen? Ja. Gesehen. Vermutlich auf der Synthesizer Bank. Ne, ähm, Nachschubwerkbank, wenn du die Mimetic hast. Hm, okay, deswegen habe ich es für mich nicht gesehen. So. Weil ich Heilung kaum gelevelt habe. Ne, ne, das ist ganz am Anfang. Die kostet irgendwie 1. Ne, ich habe es nicht gelevelt. Oh. Krass, mir fehlt immer noch die Sicherheits-Zilo-Täter. Oh. Bei mir fehlt mir noch in der Wiege noch ein Punkt, aber ich weiß gar nicht, was ich da reintun sollte in den einen Punkt. Ich habe da auch irgendwas reingepackt. Ja. Das habe ich schon bei den vorherigen zwei gemacht. Irgendwas rein. Ja. Ja. Die sprechen mir halt alle nichts um so wufflich. Ach du. Ja, vielleicht Statusverbesserung, das ist vielleicht nicht schlecht. Wobei, das ist bei mir nur eine Explosion, ab und zu mal. Ja. Oh, ich denke es unten. Ja. Die Jugung ist glaube ich krass. Deswegen wird die Snape auch recht krass sein, glaube ich, mit der Markierung. Ich hatte noch irgendeine Mod, die hat einem nochmal 20%, ne 30% auf markierte Gegner gegeben. Das Töten von markierten Gegner anstatt 15 LP und 25 Ausdauer wieder her, das ist naja. Das wäre ein bisschen was, ne. 15% Leben ist nicht schlecht. Ist eigentlich so gut wie immer voll, wenn du die so in One-Shot ist. Ja. Sonst, da gab es noch hier so einen Mod. Ja. 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 Schwachstellen, aber Schwachstellen, SDN 25 sind natürlich geil. Aber da wusste ich auch nicht, was ich nehmen soll. Eher auf Crit oder auf Schwachstellenschaden. Ne, ich habe Crit gemacht. Und dann gibt es ja auch noch bei Crit unterschiedliche. Es gibt einmal eins mit nur Crit-Rate und eins, was gemischt ist. Crit-Rate und Schaden. Crit-Schaden. Ich glaube, Crit-Rate, wie viel Crit-Rate habe ich dann? Was steht denn das? Ich glaube direkt unter K. Warte mal, ich muss meine Kneipe rausziehen. So, jetzt K. Hm, ne, das heißt C. Oh. Oh Gott, habe ich nur schlechte Crit-Rate. Also. Ich habe nicht schlechte Werte. Uff. 10! Die Frage, auf was man geht, ob man auf Fachstellen-SDN geht, auf Grid-Rate und dann Grid-Schaden. Ich habe keine Ahnung, was für Auswirkungen das hier im Spiel hat. Ah, das ist auch super. Die Schoss-Treffer auf Ziele, die mehr als Meter entfernt sind. Oh ja, okay. Erhöht den Schwachstellen-SDN. Um 20%, 20% für... Klasse. Okay. Ja, das steht zweimal hintereinander 20% ohne irgendwas dazwischen. Hm. Kriegst du also 40? Äh, glaub ich eher weniger. Für jedes weiteren Treffer in Höhe von 1 Meter. Wie auch Schaden, wenn ich erhöht stehe, oder wie? Wann scheinbar. Vom Ziele wird der Schwachstellen-SDN um weitere 1% erhöht bis zu einem Maximum von 20%. Also ich gehe mal stark davon aus, dass die da reingeschrieben haben. Ich kriege 1% pro Meter und 20% ist das Maximum. Ja. Irgendwie so. Wenn du willst, ich kann dich zu einer mystischen Truhe teleportieren, wenn du den Bereich noch nicht hast, wo ich gerade unterwegs bin. Wann erst mal, Luhi, Luhi, wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Nee, ich sehe dich nicht. Hast du... Wie mal gestartet? Richtiges Spiel? Hm. Ich bin ganz unten auf der Map. Ganz unten. Hier. Ja, das dauert ein bisschen, bis das bei dir kommt. Ja. Zwischen in der Mitte. Mitte, unten, in der Mitte. Hey, zieh dich auf der Karte nicht. Das ist diese Festung hier. Hab ich. Die hab ich. Silvershore hast du. Schrottplatz, oder? Nee, Silvershore. Oder? Silvershore. Hier bist du. Und ich bin ganz unten links. Jetzt sehe ich die. Du hast sogar eine Quest. Genau. Nee, die habe ich nicht. Soll ich dich herporten? Ja, jo. Jetzt klappern wir ohne Manni die mystischen Kisten ab. Ach. Wow. Ah, hier fehlt mir alles. Okay. Gut. Ich weiß nicht, dass ich die gute will. Ich will jetzt nicht leben. Nur schlechtes Zeug. Allerdings, was ich hier kille, sind die Eliten. Ja, genau da im Pool ist noch eine Ausrüstungstruhe. So, und jetzt fehlt mir eine Ausrüstungstruhe. Ist wahrscheinlich in dem Strandhaus unten. Oder vielleicht da? Ja, da unten ist in der Waffenkiste. Sauber. Untergesniped. Liegt er auch im Sp... Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo der Spaltanker ist. Der ist hier unten, wo ich gerade umschliege. So, Hund erfolgreich ausgepowert. Sauber. So schnell. Ja. Jetzt ist ein Follower Hund. Hast du schon passiert, was deine Eiche machen? Oder hast du die nicht gemacht? Die Quest? Ja. Die gemacht. Da musst du oben nur einmal... Äh, ne... Wie heißt das gleich noch? Ne Notiz rausholen. Ich kann auch noch mal wieder mal hoch. Ja schön. Alles ist abgeschlossen. Jan Bauer. Eha. Die sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ab in das nächste Luxushaus. 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 Alter ist das groß hier. Hey, willkommen zurück. Oh. Was ist das? Kugelblitz. Wenn geworfen wird die... Kein Fahrstuhl, kein Fahrstuhl. Alter, die Base ist echt nervig. Und ab in das nächste Luxushaus. Okay. Okay. Und ab in das nächste Luxushaus. Let's go. Oh. Oh. Dann. Okay. 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 Ah. Was ist das? Ist das da oben drauf? Oh ja, das ist da oben drauf, okay Ach, da geht's doch, okay Oh ja, das ist da oben drauf, okay Hey, ich hab einen mittleren Haram bekommen So Ich kann mich dunkel erinnern Arbeitsplatz, ihr ist eh eh, Manns Ich hab einen mittleren Haram bekommen Okay, da ist die Beugung, da kommt hier nochmal was Da ist diese kleine Stelle Genau Ich hab einen mittleren, ich hab einen mittleren Oh Gott. Habe ich da jetzt Bock zu? Oh Gott. Das finde ich ein Familienerber. Once human, ein Familienerber. Das ist ein Familienerber. Das ist ein Familienerber. Das ist ein Familienerber. Das ist ein Familienerber. Okay, Gott sei Dank. Bin ich noch nicht runtergesprungen. Es ist nur ein Stockwerk tiefer. Laut einem YouTube-Video. Das ist schon mal sehr gut. Und zwar hier. Damit haben wir die Quests auch abgeschlossen. Jetzt fehlen wir noch alles, was in der nächsten Saison kommt. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Dann können wir zweimal noch gamblen. Und zwar kaufen wir uns 10. Jetzt haben wir 1000 zur Verfügung. Und was gibt es hier im Bauplanladen? Stummgewehre. Die können wir eigentlich nochmal kaufen dann. Okay. So. Fahren wir eben nach Hause. Cool. Äh. Falsche Richtung. Okay. 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 So. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. So. Das war es jetzt erstmal bis mit Once Human. Man könnte natürlich noch in Eternal Land reingucken, aber ich bin da eher gespannt auf... ...det hier auf die nächste Season. Was da so alles ansteht. Und das dauert jetzt noch zwei Tage und 16 Stunden. Das wäre dann... Ähm... Nächste Woche Donnerstag oder Freitag? Ich glaube Donnerstag. Ja. Und... Okay, ich glaube ich äh... ...wird jetzt mal eben fix in... ...Coro Island rüber wechseln. Okay. 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 Aber auch nicht mehr zu lange. Außer... Mani sagt... Ey, yo, wir können... ...eben fix äh... ...in Planet Crofter. Sie zeigt die Welt von ihr oder so. Aber ich glaube die ist gerade unterwegs. So. ...spielen... ...なん... ... spinnen... ... ... ... ... ... ... ... ... So, dann können wir jetzt eigentlich mal rüber ins, oh, Sachen fertig, so, herzlichen Virtual Shlam, herzlichen Glückwunsch zum Erhalten der Note 6, wir haben der Sammlung der Bibliothek ein paar neuen Bücher hinzugefügt, Landwirtschaft, so geht's, Viehzucht, die Grundlagen, Nahrungssuche, die Grundlagen, Boss, Überlebensleitfahren, Ausrüstungsslot, die Grundlagen, okay. So. No. Set. Oh. ok dann laufen wir mal eben fix noch was ja eben die sachen hittung kiesel Aber ich... Wow. Gieß, gieß, so... So, hat Sam schon auf. Okay, heute hat niemand Geburtstag, das ist schon mal gut. Okay. 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 So, dann öffnen wir ein paar von diesen Koffer. Okay. 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 Nice. So, dann gehen wir jetzt mal zu Sam. Guck mal, was der sagt. Okay, gut, gut. Wie ich sehe, gewöhnst du dich an das Versenden von Feldfrüchten? Und weißt du was? Was ein Volltreffer. Die Leute haben die Qualität und den Preis lokaler Produkte wirklich vermisst. Ach ja, richtig. Du weißt wahrscheinlich nicht, was wir verkauft haben. Komm mir, nach. Wir verkaufen hauptsächlich Import. Wie du sehen kannst, ist dieser Bereich gut bestückt. Und alles ist teuer wegen den Versandkosten, Steuern und so weiter. Ich gebe mein Bestes, um die Preise niedrig zu halten. Meine Gewinnspanne sind hauchdünn, aber es reicht einfach nicht. Noch weiter runter und wir können nicht davon leben. Und das hier ist unsere regionale Abteilung. Sie ist so leer und wirklich traurig anzusehen. Sobald ich unsere Feldfrüchte geliefert bekomme, räume ich sie hier ein und sie verkaufen sich wie die warmen Semmeln. Fliegen fröhlich. Fliegen förmlich, okay. Aus den Regalen, wirklich. Als meine Eltern noch lebten, war die Abteilung ja unser ganzer Laden, mit allen möglichen lokalen Produkten bestückt und war etwas, worauf man stolz sein konnte. Jetzt leben wir aber in einer anderen Zeit. Die einzige Option sind Importe und das ist mir peinlich. Jetzt, da du da bist, können wir die Abteilung für lokale Produkte wieder eröffnen. Dafür musst du mir allerdings viel mehr Obst und Gemüse liefern. Nimm diesen Hinweis, ich habe es hier ausführlich erklärt. Aber keine Sorge, ich gebe dir ein paar zusätzliche Münzen zu deinen üblichen Bezahlungen, wenn die gesamte Bestellung erfüllt ist. Klingt doch gut, oder? Jo. Oh. Okay, dann verkaufen wir die Sachen gleich mal. filen. Du bist so gewalt. Einmalen Schlittil. Du bist so gewalt. Du bist so gewalt. Du bist so gewalt. Du bist so gewalt. Da du bist so gewalt. Und dann gehen wir mal eine Runde tauchen. Und dann gehen wir mal eine Runde. So, einer fehlt noch. So. So. Aber wir können die Bronze Sachen hier mitnehmen, das ist richtig gut. Und den Schrott. So. 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 dann können wir unten weitermachen. so. 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 Oops. so. 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 ok. so ok. und zurück. oooh. ich kann Sprinkler herstellen. Oh, sorry, Lala. So, wenn du hast, schick bitte welches. Okay. Ach, verdammt, ich habe was vergessen. So. So, was kostet das denn? Und die Silbertank. Oh. 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 Schade. Oh. 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 wenn endlich jemanden gefunden hat, der würdig ist. Noch wichtiger ist jedoch, dass ich dir eine Erklärung schulde. Bitte folgt mir in meinem Geheimversteck. Dort kann ich dir alles erklären. Wo soll ich anfangen? Nun ja, vor vielen, vielen Jahren habe ich Superchorallen wie diese hier rund um Coral Island gepflanzt. Sie wurden speziell dafür gezüchtigt, steigende Temperaturen im Ozean und feindliche Umgebung zu überleben. Der Raum, in dem wir uns aufhalten, enthält Merv, eine alte Technologie, die Wurzeln entfernt und die kranken Korallen heilen kann. Ja, ich bin müde. Ganz einfach ausgedrückt nehmen wir ein bisschen davon, was eine Superchoralle gesund macht und übertragen es auf die anderen kranken Korallen, damit sie wieder gesund werden. Mit der Kombination aus Humanwissenschaft, ein wenig Magie und der alten Technologie kann sich der Ozean erholen. Das ist jetzt viel zu verdauen und ich bin mir sicher, du hast noch Fragen, aber mehr kann ich dir nicht sagen. Den Rest musst du selbst herausfinden. Wie versprochen, darfst du den Tauchanzug behalten? Ah, hm, eins noch, bevor ich dich gehen lasse. Ich möchte, dass du Folgendes weißt. Obwohl du als würdig erachtet wurdest, bist du nicht der einzige Mensch da draußen, der so eingeschätzt wird. Hoffentlich ist das nicht falsch rübergekommen. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, dies wäre ein Los, dem du nicht entfliegen kannst. Es gibt nichts Schlimmeres als das. Danke nochmal, dass du vorbeigekommen bist, der Guck. Jai. Einkaufen. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 So. Manni, was sagst du? Zeigst du mal deinen Planet Crafter Fortschritt? Ich glaube, ich würde es sonst auch gleich ausmachen, weil ich übelst einen dichten Kopf habe. Ich will doch duschen gehen und dann muss ich eh los. Nö, ich kann mich ja, ähm, hier, wie heißt das, äh, auf deine Welt, glaube ich, mit draufschalten. Das sollte doch so einfach gehen, oder? Dass du da einmal so eine Rundführung machst, worauf wir uns einlassen müssen. Ja, das ist ja egal. Ich würde nur mal gerne sehen, wie das bei dir da aussieht. So, als kleinen Stream-Abschluss dann. Nicht gut? Wieso das denn? Okay, warte. Hey. Hi. Nicht gut, weil, äh, naja, okay, als ich eben gesagt habe, was ich umgebaut habe, habe ich eigentlich nur meine, ähm, Heizungen umgestellt. Wow. Wow. Ja. Ich dachte, du hast so richtig gigantische Strukturen verändert. Nein, überhaupt nicht. Ah, okay. Dafür muss ich mir erst noch einen Plan machen, aber ich kann trotzdem zeigen, was ich bis jetzt gemacht habe. Weil ich hab voll den Durchhänger. Ja, glaube ich dir, vor allem, wenn du so lange wach warst und heute Morgen so früh wieder aufgestanden bist. Ja, ja, das ist nicht das Problem, aber jetzt ist wirklich so der Status von, äh, ich zocke noch, äh, oh. Viel zu müde, um irgendwas Produktives zu tun. Ja, warte. Hakelig. So, funktioniert das jetzt? Ja. So, ich kann dich. Theoretisch, du bist bei mir nicht online. Okay. Äh, du kannst mir auch ein, äh, Einladungscode rüberschicken. Ach ja. Ich glaube, so muss das laufen. Hat er den jetzt kopiert? Ja, da. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, wo du jetzt warnst. Direkt vor deiner Haustür. Oh, hier hast du gebaut. Hello. Hello. Wow. Ja, du bist ja noch gar nicht so weit. Ich dachte, du warst das so kurz vor Ende. Was? Ich hab vorgestern erst angefangen. Ich hab wieder von vorne angefangen. Ach so. Okay. Ach, wie ging das denn nochmal? Ähm, man sieht im Stream übrigens nix. Oh, danke. So. Joaah. Das hat ja schon mal ein bisschen was. Hm. Und eine so ne Kackpflanze. Ja, ich brauch Augurginen. Für alles gefühlt. Ja. Augurginen und ne Menge Algen. Ja. Oh, es wird Nacht. Oh, ich muss auch diesen kurzen Sammler da noch aufstellen. Den Regenwassersammler. Ich hab keinen Titan mehr. Oh, du bist da unten, glaub ich, gestorben. Nee, das ist einfach nur so ne Truhe. Ach so. Okay, das ist cool. Dass das so gut funktioniert. Und wie weit hast du in deinem anderen Spielstand gespielt? Ähm. Da war ich noch gar nicht so weit. Also nicht so weit wie hier jetzt. Okay. Hier hab ich ein klitzekleines bisschen, äh, bin ich ein klitzekleines bisschen weiter. Ja, aber trotzdem schon ordentlich für ein paar Tage Spielzeit. Und dann fängst du Dienstag nochmal von vorne an. Das ist überhaupt kein Problem. Ich lieb's tatsächlich von vorne anzufangen. Okay. Weil bei mir ist das so, sobald ich ein klitzekleines bisschen was Neues dazugelernt habe, will ich direkt von vorne anfangen. Das ist total dumm, aber so funktioniere ich irgendwie, schätze ich. Okay. Ähm. Aber du kannst doch hier einfach abreißen und dann neu bauen. Nee, ich fang dann von vorne an. Oh Gott. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hm. Da kann ich das hier schon... ...noch nicht fertig. Doch, gib mir das jetzt. Inventar voll. Oh. Ups. Jo. So. Zuschauer sagt auch Hallo, ich soll die Tür abbauen und dich hier nicht mehr rauslassen. Okay. Ach ja, Zuschauer. Ich hab dich auch gern. Hahaha. Oh. Ich glaub, ich muss mal in meine erste Welt reingucken. Oh, mach das auf jeden Fall. Ich will auch mit reingucken. Millionen, Trillionen... War das die? Oh Gott, ist das laut. Oh ja, das war die bisschen durchgedrehte Welt. Oh nein, jetzt wurde ich gespoilert. Äh, sorry. Äh. Moment. Hast du das schon durchgespielt da, oder? Nee, noch nicht ganz. Aber das ist nur... ...bisschen was. Ich kann dir einen... ...Einladungslink... ...schicken. Nee, dann spoilere ich mich ja noch mehr. Ah, okay, dann... ...das geht doch nicht. Dann nicht. Doch, Zuschauer, im Stream werden wir dann fertig werden. Da fangen wir nicht jede Woche dann von vorne an. Nee. Nahrung niedrig. Also, hier sind einige Sachen, weswegen ich halt auch neu anfangen wollte. Die man, äh, vorher noch nicht machen konnte. Oh Gott, das Geräusch muss ich als erstes ausschalten. Das ist ja mal übelst laut. Alter. Ich hab kein Kobold mehr. Oh, immer fehlt's an irgendwas. Beine gebrochen, wunderbar. Zuschauer glaubt ihr nicht. Du wirst schon sehen. Ab Dienstag geht's ja dann los. Ja. Ich hoffe, dass ich vorher, äh, den Mischpult und alles noch eingestellt bekomme. Äh, ja. Ah, hier hab ich den Wahnsinn gemacht. Oh Gott. Was ist das? Steht doch drauf. Produziert das Zeug? Nee, das lagert nur. Oh boy. Cool, 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 cool. Ja, wir, ich mein, ähm, ich bin mal gespannt, ob das eine andere Map oder nur ein anderer Startpunkt ist. Ist ein anderer Startpunkt. Ach, gerade. Was hab ich denn hier gemacht? Oh, hier wollte ich mit Produktion anfangen, genau. Hier ist davon ein eigener... Weil dann würde ich im Stream ganz gerne, ähm, am Wasserfall anfangen. Ja, können wir gerne machen. Oh Gott. Hm. Hm. Ich wollte mal eben gucken, wie hoch das Wasser im Wasserfall geht. Nicht, dass man sich da explizit auswählen muss, äh, okay, ab hier an baust du unter Wasser oder sowas. Okay, ich glaube, das ist total entspannt. Ja. Okay, das passt. Und was meinst du mit taktischen Fehlern mit den Containern? Oh, ja, ja, das war jetzt auch nur reingucken. Ich wollte eh gleich, ähm, den Stream beenden. Bis dahin, er verlässt uns schon, das will er uns eigentlich damit sagen. Äh, ja. Oh Gott, da hinten regnet Blut. Was ist das denn? Ah, okay. Alle in einem Viererraum gepackt. Und mehrere übereinander. Oh Gott. Ja, da gucken wir mal, wie das so geht. Cool. Es ist so krass, wenn man bedenkt, dass es dasselbe Spiel, nur zu einem späteren Zeitpunkt ist. Ja. Aber ich habe die letzten Updates nicht mitgenommen. Das kann man dazu sagen. Also, für mich sind da auch einige Sachen neu da. Hm. Warum? Ganz einfach. Der Konstruktor kann dann auf alle Container greifen. Oh. Okay. Nice. Könnte ich die Konstruktor dann einfach da drüber bauen? In den Räumlichkeiten? Okay. Okay. Oh, nice. Okay, da könnte man unten ein Lagerhaus bauen und oben den Konstruktor oben drauf. Okay. Das wird Hardcore. Mhm. Ab Dienstag. Ab Dienstag, genau. So. Jetzt fehlen nur noch zweimal Dünger, wofür ich noch sechsmal Algen brauche und vor allem vier Aubergine. Das ist viel schlimmer. Und dann bau doch mehr Aubergine an. Könnte ich theoretisch tun. Was war das? Nein, ich gucke einfach, ich mache deinen Stream jetzt einfach zu und gucke nicht mehr hin. Oh Gott. Hier bin ich durchgedreht mit den Bäumen. Nee, ich gucke einfach nicht hin. Okay. Ihr müsst ja nicht. Der Spielstand ist noch älter. Ich wüsste gern, ob man sehen kann, wann die erstellt worden sind. Wahrscheinlich nur irgendwo in den Daten, äh, in den Dateien. Mhm. Ich meine, bei Terraforming geht's mittlerweile bis, äh, 5 Terra TI hoch. Viel höher wird's halt nicht mehr, als du bis jetzt gespielt hast. Ja, ähm, ja, das schon, aber was halt interessant wäre, wäre, ähm, wie hast du es gleich noch, äh, ich hab die ganzen Zusatzsachen wie, äh, die, ich glaub, letzten drei Updates nicht gesehen. Hm. Und, ja, lala, ich weiß, aber ich wollte eh gleich den Stream ausmachen, also ist das jetzt nicht so schlimm. Äh, so, Planet Crafter. Das letzte ist, ich weiß nicht, ob du das, ob's das damals auch schon gab, ähm, Extraktionsplattform wird verwendet, um einem Schiff im Orbit wieder beizutreten. Nope. Dann verlässt du quasi das, äh, die, das Ding hier. Gab's nicht. Also, vielleicht gab es das, aber ich hab bis zu dem Punkt nie gespielt. Hm. So, UserProfileAppDataLocalLow, MijunGames, Planet Crafter. Okay, schade, das hier bin ich nicht. StandardJson. Ah, ich glaub, ich hab Anfang des Jahres schon mal in die Speicherstände reingeguckt. Schade. Das hätte mich echt interessiert. So, kann ich denn sehen, wann ich das gekauft hab? So, ich bin ja, ich bin einig. Ich glaube, ich habe das das erste Mal gespielt, als das rauskam. In welcher Version ist das Spiel gerade? Version 1.1. Okay. Das hat aber auch einen Haufen Updates bekommen. Oh. Irgendwann wird es vielleicht weitere Planeten geben zum Terraform mit verschiedenen Variablen und Konditionen. Okay. Aber irgendwann und jetzt ist ja gerade erst die Vollversion rausgekommen. Also von daher, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis da irgendwas Neues kommt. Ja. Also am 5. April 2022 habe ich das erste Schiefmann freigeschaltet. Hm. Ich glaube, als das rauskam, gab es noch keine Schiefmanns. Schade. Das wäre noch interessant gewesen, sowas zu sehen. Hm. So, wie machen wir das Dienstag eigentlich am besten? Weiß ich nicht. Wäre das am einfachsten, wenn ich ein Spiel hoste? Ich glaube schon, oder? Ja, musst du sagen. Ja, mach du ruhig den Spielstand. Okay. Dann passt das, ja. So, ich werde mich jetzt aber verabschieden, weil dann kann ich noch entspannt duschen gehen, alles vorbereiten und losfahren. Nie, du gehst duschen. Ja, nach heute Morgen, das war so ein bisschen stressig, aber da wollte ich nicht noch mal duschen gehen. Und ja. Und ich dachte, ich hätte ein echtes Gamer-Exemplar gefunden, aber du enttäuscht mich. Ey, schwitzig und dick und stinken tue ich schon. Zwei Sachen davon kann ich abstellen, das würde ich gerne tun. Aber nur für eine kurze Zeit. Na dann. Genau. Ähm, genau. Chat, ich würde dann, oder mach dann jetzt auch Feierabend. Ähm, morgen dann wieder ganz normal 18 Uhr, außer das Problem von heute Morgen, tritt morgen wieder auf. Dann hab ich keine Ahnung. Dann wird's absolute Abfuck. Ja, und dann wünsche ich einen schönen Abend, eine gute Nacht und vielleicht noch nicht eine gute Nacht, noch ein bisschen früh, aber nachher dann eine gute Nacht und ich fahre jetzt grillen. Also. Wünscht dir wahnsinnig viel Spaß dabei. Dankeschön und dann. Und guten Hunger. Danke, gleichfalls. Ja, und dann auf jeden Fall bis, ähm, morgen. Also, bis Brokkoli, bis Tschüsseldorf, auf Wiedersehen, hauen sie rein, bis Brian. Bye, bye. Wenn denn, 18 Uhr morgen. Ach ja, morgen ist ja schon wieder Montag. Ja, total der Abfuck. Ach, Gott. Grillen tue ich Tag, äh, Dienstags, Donnerstags und Freitag und mal endlich mal zwischendurch Money. Und sonst hält sich das eigentlich relativ in Grenzen. Ah, das kannst du ja jetzt nicht verneinen. Okay, also, bis denne Antenne, auf Wiedersehen. Ciao. Bye, bye. 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 Vielen Dank.